Also, ja? Okay, 3, 2, 1, Risiko. 3, 2, 1, Risiko! Wir gehen rein! Yeah! Wow! Okay, das war jetzt sehr schnell, aber ich hoffe, das habe ich noch drauf gehabt. Guten Tag! Hi! Was geht? Ich dachte gerade, du bist ein Standbild, bis ich gerade so eine minimale Bewegung gesehen habe. So an der Hand, so. Nee, ich gucke nur, wo ich das hier ausmachen kann, aber man kann das hier ausmachen. Eigentlich müsste, ja, du hast recht. Man kann das hier ausmachen. Wird da nicht drinnen aufgeführt, die Browser-Source? Ich gucke mir das nochmal an, ich sage dir Bescheid. Oder machst einfach einen Haken ran bei kein Audio-Ubertragen. Das wäre ja auch gar nichts. Ja, aber das ist ja wieder ein Klick mehr, du verstehst. Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Da sind wir auch gleich beim heutigen Thema, Planung. Tom, Tom, Tom. Ja, und wir lassen das auch immer andere Leute planen, von daher, schönen Tag, war eine sehr kurze Folge. Schönen Tag, dass ihr euch schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Wow, du lässt das andere Leute planen? Quatsch. Ich wollte gerade sagen, wacker, was ist da los? Wie geht es dir, Alex? Mir geht es sehr gut, ich musste dich aber heute ein bisschen leiser machen. Ich habe gehört, du hast das hier fast vergessen, diese wöchentliche Veranstaltung am Mittwoch. Nein, ach Quatsch, gar nicht. Ich war nur gerade so ein bisschen im Tunnel, ich habe noch ein bisschen ein wunderschönes Battlefield gespielt. Huss, huss. Und ich schaute auf die Uhr und mir wurde gewahr, es sind nur noch vier Minuten bis 18 Uhr. Ich habe auch bis zum Ende ausgereizt. Hast du das Squatstream gestartet? Ja. Yes, of course. Wir sind Profis. Wir sind Profis, wir werden immer besser. Genau das, wir werden immer besser. Also von meiner Seite aus kann ich sagen, ja, das stimmt. Bei dir auch? Ja, ich auch. Also ich bin immer pünktlich, ist alles vorbereitet. Also ja, die aktuellsten Folgen sind auch schon bei YouTube wieder drauf. Wir haben das Ganze hier als Podcast-Form, meistens am selben Abend noch. Also krass, krass, einfach krass. Wir haben übrigens bei mir unter dem YouTube-Kanal ein sehr schönes Lob bekommen für die, ich weiß gar nicht, ich glaube, war es die letzte oder die vorletzte Folge? Da hat jemand was sehr Nettes drüber geschrieben, war da kurz? Ich lese dir das mal eben vor, weil du wirst ja ja wahrscheinlich auch in deiner Freizeit nicht wirklich drinnen rumhängen. Ne, das war die Folge davor, Moment, die 14. Und zwar hat jemand geschrieben, der gute Matthias hat geschrieben, da darf ich euch eine Freude machen. Mittwoch ist bei mir Familienzeit, abends bei meinen Eltern. Heißt, da kann ich nicht wirklich, wenn ihr live streamt, dazu bin ich nicht so sehr der Twitch-Mensch. Und ich höre das gerne als Podcast, aber über YouTube, weil das Ganze schmunzeln und so viel zu schön ist. Aber auf dem Zweitbildschirm, weil ich ein bisschen Struktur mit Musikbezeichnung und so parallel mache. Also, Dizzy Slash Nils, ich bin mir, warte mal, ich bin einer, warte mal, einer von deinen, niemand auf YouTube, aber sehnsüchtig auf das Erscheinen des Formates gewartet habe und euch innerhalb von drei Wochen auch alle Folgen nachgeholt habe. Also, ich glaube, Deutsch war wild, die Nacht über, ich glaube, das war nachts. Also, damit wäre einer dieser niemanden auf YouTube. Okay, Grüße an Jay von Pete's Meet. Und dann kommt noch, ich komme ursprünglich von den Smeets zu dir, Dizzy und damit auch zu dem Hardcast und zu Jim Panze. Und Jim Panze, ein paar Altlasten auf YouTube waren echt schön. Zu den Streams werde ich wahrscheinlich nicht wirklich wechseln. Aber tolles Format. Also, deine Altlasten auf YouTube waren schön. Ja, danke. Vielen Dank, Grüße und danke. Vielleicht kommen ja auch bald neue Lasten. Wer weiß. Nothing is impossible, how you say, right? Ja. Was ist denn mit der Lichtsituation bei dir da in der Hütte los, sag mal? Wie meinst du? Ja, hast du keine Rollose? Ich mag das zwischendurch ganz gerne, wenn es draußen nicht so super hell ist, dass ich hier alles auflasse, weil die Bude ist an sich sehr hell. Und ich finde, das strahlt ein Anti-Kellerkind-Image sozusagen aus. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich hier das Kellerkind-Image ausstrahle. Nein. Nein. Aber es ist angenehm. Ja. Verstehe ich. Okay, okay, okay. Was ist so, hat wer technisch passiert die Woche bei dir? Ist er schon am Stizzle? Nein, Moment, Moment, Moment. Ich habe am Wochenende noch so eine Promo gespielt und da wollte ich jetzt nicht irgendwie so zwischen Stream-PC und Justieren und Gucken und Machen und Tun machen. Deshalb nochmal eine kleine Verzögerung. Von Elgato ist ein Arm angekommen, der Low-Profile-Arm. Da hatte ich mal mit dem Elgato-Kontakt vor ein paar Tagen oder nachdem die den Release haben, haben auch direkt geschrieben, wenn ihr einen übrig habt, hier, gerne, sehr gerne. Und da habe ich auch direkt, als er bei mir angekommen ist, direkt aufgebaut, ausprobiert und so weiter. Ich hatte vorher so eine Selbstbaulösung. Ich weiß, dass es auch andere Low-Profile-Arme gab. Also ein Low-Profile-Mikrofon-Arm ist also quasi ein Arm, den man in der Regel unter einem Monitor oder halt eben sehr flach über dem Tisch herführt. Also nicht drüber oder nicht so seitlich, wie die meisten das haben, sowas in der Richtung. Und Elgato hat einen Arm rausgebracht für 100 Euro, also 99 Euro, der die Grundfunktion mitbringt und in der Mitte noch so einen Knick hat, mit dem man noch die Höhe einstellen kann. Plus, das Gelenk kann man halt mit so einem Inbus-Schlüssel noch ein bisschen steifer machen beziehungsweise ein bisschen lockerer machen. Also je nach Gewicht deines Mikrofons natürlich sinnvoll. Das Ding ist super. Also er ist tausendmal besser als meine Selbstbaulösung und viel, viel flexibler. Wenn man jetzt so denkt, ja, ist ja nur ein Mikroarm. Ja, das stimmt, aber es macht das Leben wieder ein kleines bisschen einfacher. Also im Sinne von, es ist weniger im Weg, es stört nicht, es ist einfacher im Handling und ich hätte mir den jetzt auch so gekauft. Also wenn Elgato geschrieben hätte oder sich nicht gemeldet hätte, hätte ich halt auch gesagt, ja, wenn das Ding das nächste Mal bei Amazon gelistet ist, hole ich mir, um den auszutauschen. Aber so ist es natürlich auch geil, keine Frage. Neues. Keine Frage. Ja, und gestern kam dann von Rocket noch ein Paket, da probiere ich gerade hier so Headset aus und die haben auch ein neues Mikrofon rausgebracht und also die Probleme, die ich damit vom, als sie das das erste Mal vorgestellt haben, die ich mir vorgestellt, die es haben könnte, die haben sich bei mir leider bestätigt. Und jetzt gucke ich mir nochmal so ein paar andere Videos an von anderen Leuten, vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht, wer weiß. Ich teste das nochmal in aller Ruhe. Ich möchte ja jetzt auch nicht in die Welt hinaus posauen. Guck mal hier, Scheißprodukt oder so. Aber das ist dann immer so eine Sache. Also wenn du was hast, was dir nicht gefällt, dann sagst du das natürlich auch. Also wenn was da ist, was Probleme hat, dann muss man das natürlich auch nicht einfach drüber malen, sondern auch sagen, hier, guck mal, das gefällt mir nicht. Naja. Das ist bei mir passiert, so die letzten paar Tage. Noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber das ist so, ich glaube, der Major-Part mit dabei. Okay. Schön. Ja. Freut mich. Bei mir ist hardware-technisch nichts passiert. Gar nichts. Ich habe Windows-Updates ausgemacht. Mehr ist nicht passiert. Also hardware-technisch nicht. Du hast beim letzten Mal erwähnt, du machst das jetzt über Gruppenrichtlinien? Ja. Jetzt darfst du nicht mal runterladen, ohne dass ich sage, dass das so ist. Okay. Bis jetzt geht's. Und in deiner Welt passieren Windows-Updates quasi maximal einmal im Jahr? Nee, ja, wenn überhaupt. Mhm. Zurecht auch. Also zumindest an dem Rechner da hinten, da kommt nichts mehr drauf. Ich habe ja auch nichts mehr auf den Rechnern drauf, habe ich alles runtergenommen. Also das wäre mir eigentlich auch scheißegal. Ja. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja. Ja, aber ansonsten hardware-technisch nicht viel passiert. Jetzt so im Leben ist eine Menge passiert, aber so hardware-technisch nicht, ey. Ja, so Privatkram reden wir ja nicht, ne? Naja, nicht wirklich nicht. Ich habe mir heute einen Raspberry Pi gekauft. Den, über den wir letztes Mal gesprochen haben oder irgendwas Neues? Ja. Nee, der. Genau der. Ich habe nämlich, ich habe heute Planung, habe heute mal wirklich geplant. Also, ja, ich habe, ich habe ja durch... Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung, ja. Also ich hatte, also da hinten ab und zu mal sehr extreme Spannungsspitzen. Da ist irgendwo so ein Asianetzteil drin, glaube ich, was nicht so der Burner ist. Und mir ist jetzt zweimal die Sicherung rausgeflogen. Und als mir zweimal die Sicherung rausgeflogen ist, ist hier mein ganzer Schreibtisch auch gleich mit ausgegangen. Und das ist ja nicht so geil, weil der Stream ist ja dann quasi dead. Und ich habe heute mit Chat ganz lange darüber gesprochen und gewuselt und gemacht und getan. Und ich habe mir jetzt endgültig den Pi bestellt, weil ich alles da oben auf dem Pi laufen lasse, damit das erstmal... Ah ja. Damit das nicht mehr an diesem ganzen Konstrukt hier hängt mit den beiden Bildschirmen. Weil das führt ja dazu, das hatte ich dir ja erklärt, wenn er den Monitor frisch erkennt nach dem Anmachen, gehen die beiden Bildschirme schwarz, aktualisiert sich und dann kann es sein, dass OBS krägt. Das werden wir damit jetzt lösen, dass das Kabel hier wegkommt, dieser Monitor dann da nicht mehr angeschreckt ist. Da kommt dann der Pi ran und da ist dann quasi Manchett und sowas alles mit dem Pi. Strom kriegt er halt auch von da hinten. Und um die Spannungsspitze abzufangen, haben wir erst überlegt, also es gab viele Teams. Wir hatten Team Dieselgenerator. Klar, fängt ja auch Spannungsspitzen ab, logischerweise, klar. Das fand ich nicht so geil, habe ich ablehnen. Dann gab es noch Team... Team... USV. Aber USV fand ich nicht so geil, weil USV so teuer war und ich wollte das relativ, sag ich mal, günstig planen. Weil für 400 Euro eine USV kaufen, nur um eine Spannungsspitze abzufangen, war nicht so geil. Oder ist nicht so geil. Aber kurze Frage, du hattest doch mal eine USV. Ich habe hier unten eine USV stehen, ja. Für? Das ist für meinen Netzwerkschrank, wenn Strom ausfällt, dass ich genug Zeit habe, das Ding auszumachen. Das NAS. Weil da bin ich ein bisschen... Naja, ich möchte nicht, dass das kaputt geht. Klar. Ja, also da hängt eine USV vor, aber ich denke nicht, dass die davon genug abfängt und das will ich nicht riskieren, weil es sind ja auch nur 3600 Watt auf dem Ding. Und die Geräte, die da drin sind, die sind mir wichtiger, als wenn da irgendwas ist. Naja, ich verstehe schon. Jetzt hat Chat mir heute erklärt, dass es irgendwelche Spannungsbegrenzer-Steckdosen gibt, irgendwie. Und davon habe ich mir jetzt mal eine geordert, um mal zu gucken, die schafft es wohl, die Einschaltspannung, also diese sehr hohe Einschaltspannung, irgendwie ein bisschen zu normalisieren. Zu dämpfen. Zu dämpfen, genau. Okay, das werden dann wahrscheinlich Widerstände sein oder irgendwie sowas in der Richtung, Kondensator, irgendwie sowas. Ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Das heißt also, dass wenn du, selbst wenn du in Anführungszeichen minderwertige Netzgeräte oder Netzteile halt in den Computern oder anderen Teilen hast und alles mit normal einschaltest und es kommt eine immens hohe Einschaltspannung zustande, dann sagt dieses Steckdose, dieser Zwischenstecker, dieser Adapter, was auch immer, der sagt, dann ist ja schön und gut, dass du das haben willst, aber ich gebe dir erstmal nicht ganz so viel. Genau. Okay. Quasi. Irgendwie so. Klingt ja interessant erstmal, ne? Klingt erstmal so, als wenn es funktioniert, ja. Ob das nachher so funktioniert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das müssen wir dann noch rausfinden. Aber das war auf jeden Fall die günstigere Variante. Kann man eigentlich so eine Spannungsspitze provozieren, wo ich drüber nachdenke, um das auszuprobieren? Kannst du ja. Indem du Strom ausstellst, dir irgendwie drei oder vier Netzteile, also Rechner hinstellst und das entlädt sich quasi dann und dann haust du da Strom rein und dann hast du extrem hohe Spannungsspitzen, weil die müssen ja dann auch erstmal wieder starten. Also damit kriegst du das echt gut hin. Das ist ja, wenn du, jetzt sag ich mal, zwei Streaming-PC, wenn du zwei Rechner hast und die sind beide über Nacht, stellst sie komplett aus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Sicherung rauskegelt. Wenn du das alles an einer Leiste hast beispielsweise. Ja, das hatte ich früher. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es passiert. Hm. Interesting. Ich wusste gar nicht, also so ein Spannungsbegrenzer ist mir, ist mir, ist mir gänzlich unbekannt. Wieder was gelernt. Ja, wusste ich auch nicht, dass es den gibt. Keine Ahnung. Also ich hoffe mal, dass das funktioniert, weil sonst müsste ich mir wirklich ein OSV kaufen, weil ich mir, also mir ist das ja schon relativ wichtig, weil ja hier sehr viel Strom, sag ich mal, verballert wird und auch genutzt wird. Und ich sag mal, auf Dauer ist das, glaube ich, nicht so geil, wenn du da wirklich wie so ein Verrückter rangehst, weil dann malst du wirklich irgendwann schwarze Striche an der Wand, weil dann hast du, dann geht's ab. Das haben wir heute alles, glaube ich, über zwei Stunden durchdacht, weil ich wollte die günstigste Möglichkeit haben und die vernünftigste Möglichkeit. Okay. Das heißt, du hast gerade schon gespoilert, dass du sozusagen mithilfe deiner Community so ein bisschen Schwarmwissen abgreifst, um Dinge durchzuplanen. Nee, jein, eigentlich nur für das Stromproblem. Im Grunde genommen teile ich eigentlich immer meine Gedanken und weiß das schon, was die Lösung eigentlich ist. Das Coole daran ist, dass, also das Coole, was halt dabei immer entsteht, ist, dass Shed manchmal noch andere Ideen hat. So habe ich zum Beispiel heute, oh Gott, wie heißen denn die Dinger? So eine Mini-Bricks heißen die, glaube ich, kennst du die? Das ist noch unter Nook? Es gibt noch eine kleinere Variante von Nook. Es gibt noch eine kleine Variante, aber da wüsste ich jetzt nicht, wie die heißen, wenn du sagst Nicks, glaube ich. Bricks heißen die. B-R-I-X, ja, das habe ich heute auch kennengelernt, aber ist halt auch zu overpowered für die Sache da. Ja. Und dass man ein Raspberry Pi zum Beispiel über einen USB-Hub, also einen aktiven Hub, befeuern könnte, im, wie heißt das, irgendwas mit Low-Volt-Modus, geht auch. Habe ich heute auch rausgefunden. Dass er quasi Power over Ethernet kriegt, also Strom, über den er über... Das würde auch gehen, ja. Das habe ich heute auch rausgefunden. Das sind so Dinge, die lernt man dann, weil ich hatte erst überlegt, weniger Geräte dahin zu machen, aber dann fiel mir halt wieder keine vernünftige Lösung an, den zu starten. Und dann war das Wake-up-on-Lan und das hat wieder was mit Klicky-Klicky und D-Stars und naja, war blöd. Aber ich habe umgebaut, Jim, weil ich hatte nämlich, erst hatte ich mir überlegt, was du mir vorgeschlagen hast, das mit dem Pi zu machen. Und dann habe ich mal alles so zusammengesucht, weil ich dann überlegt hatte, mir vielleicht nochmal einen sechsten Monitor da drüben hin zu hängen, für das eigentliche, was ich machen wollte. Aber dann wäre ich wieder bei 600 Euro rausgekommen, da hatte ich keinen Bock drauf und habe die Bestellung quasi oder den Warenkorb abgebrochen. Weil das, also das hat ja noch ein bisschen Bastelei mit sich gebracht, weil der Monitor muss ja dann richtig über dem anderen hängen, sodass das symmetrisch ist und du kennst das ja. Und dann habe ich gesagt, nee, scheiße mache ich nicht und habe einfach mein, ich habe ja zwei Tablets gehabt, also ich habe ja dieses hier, warte, dieses ganz alte Galaxy Tab, schieß mich tot. Damit kann man, glaube ich, mittlerweile echt nichts mehr machen, außer es leider wegschmeißen, weil es ist wirklich so alt, dass du hier nicht mal mehr die Twitch-App drauf installieren kannst. Also, dann kannst du dir vorstellen, wie alt das ist. Also, das ist bestimmt schon zehn Jahre alt. Naja, das habe ich dann da weggemacht und habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen inneren Monk, der wirklich mein innerer Monk ist, zu übergehen und mein Tablet, oh ja, du hast ja auch so ein richtig altes. Ich kenne das. Also, die Twitch-App läuft hier drauf, aber die Streams, es sieht aus, als ob die alle ruckeln, aber dabei laufen die einfach nur so mit 15 FPS oder so. Ja. Aber man kann wenigstens die App drauflaufen lassen, die aber abrund zum Mauch mal abstürzt, ne? Ja, ich kann sie nicht mal mehr installieren. Also, die ist nicht mal mehr im Store erhältlich. Auch nicht mal über Umwege. Hm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen inneren Monk gebrochen und habe mich jetzt einfach dazu entschleusseln, diesen Monitor da nicht hinzuhängen, sondern ich hänge mir dort mein iPad Pro hin, weil das ist, eigentlich liegt es nur am Bett für abends. Das ist der einzige Zweck, den es hat. Also, muss ich quasi das da einhängen und ein Kabel reinstecken. Aber auch nur an Wochenenden, wo wir lange Rennen fahren. Darauf konnte ich mich einigen, um Geld zu sparen. Klingt super bescheuert, aber ich konnte mich darauf einigen. Mal sehen, wie lange. Nee, gar nicht. Was vorhandenes nutzen ist ja, ne? Also, auch nachhaltiger als was Neues zu bestellen, ist klar. Das heißt, das ist eine der wenigen Situationen, bei der du eine gewisse Doppelnutzung von so einem Produkt sozusagen hast, ja? Ja, und auch Zulasser. Also, man muss wirklich sagen, zulassen. Ich bin wirklich so ein, also, ich habe wirklich so einen inneren Monk, dass das bei mir nicht geht. Ich habe das früher, also, als ich das Upgrade gemacht habe auf die Sony 5100, da habe ich auch mega lange hin und her überlegt. Und ich habe gedacht, so, Alter, das ist viel zu viel Geld, um eine gescheitere Kamera für den Stream zu haben, weil die gucken zu wenig Leute dafür zu und nur wegen der besseren Bildqualität guckt auch nicht mehr mit rein. Und dann habe ich so lange mit mir hin und her überlegt und habe dann mir gedacht, ja, aber dann, du machst ja noch Videos für YouTube, dann kannst du ja damit halt hochwertigere Videos machen im Sinne von Videoaufnahmen. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht genug recherchiert gehabt, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass gerade die 5100 absolut mies ist, wenn es darum geht, Videoaufnahmen zu machen. Weil die überhitzt unfassbar schnell, ne? Du machst 10 Minuten, 15 Minuten am Stück und zack, das Ding schaltet sich aus und sagt, sorry, ne, ich bin zu heiß, ich muss erstmal abkühlen. Alle Sonys, by the way. Alle Sonys, okay. Durchweg die Bank haben sie, also ist bei Canon, by the way, auch so. Also du kannst mit, du kannst mittlerweile bei der 6400 in der Filmware sagen, ignoriere bitte Überhitzung. Also ich habe auch bei der 6400 den ganz normalen Output, den wir nutzen, ist die, in Berlin ist die durchgebrannt, mit Klimanagel. Und ausgegangen. Nach vier Stunden oder so war sie zu warm. Ah ja, das möchte man ja nicht haben, ne? Ne, war auch ein beschissener Kauf, bin ich ganz ehrlich. Das war ein sehr dummer Kauf, diese Kamera. Weil die Kamera an sich, die hat 900 gekostet und der 6000 hätte genau dasselbe getan. Ehrlich gesagt. Also im Grunde genommen, hm, war ich jetzt nicht so schlau. Mhm. Naja. Naja, okay, also langere, kurzer Sinn, meine Doppelnutzung war dann halt so, ich habe das Teil eingerichtet, mal ein bisschen rumgespielt, mich mit so den ganzen verschiedenen Formaten angefreundet. Und da gibt es ja diesen AV-Schlag-Micht-Tot-Modus, ne? AV-CHD, ja. Ja, genau, genau. Und der dann quasi die höheren Auflösungen, Schrägstrich, Bildwetterholenfrequenzen zulässt und so, ne? Oder die HD-Formate. Sagen wir einfach die HD-Plus-Formate. Und nehme das so auf und mache so, keine Ahnung, ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Headset getestet und wollte das mal ein bisschen aufnehmen, ein bisschen drumrum laufen und so. Und labere da so Vlog-Style-mäßig rein und dann sagt das Ding auf einmal so, ja, nee, ich bin jetzt zu warm. Und ich denke so, hä, was habe ich denn falsch gemacht? So, ne? Ja. Da bin ich das erste Mal vor so einer Wand gelaufen und habe sehr schnell im Internet gefunden, dass diese Kameras allgemein nicht so gut für den Dauerbetrieb ausgelegt sind im Vergleich zu einem Camcorder. Und das kann gut gehen, aber gerade die 5100 sollen so ungefähr bei 15 Minuten maximal Aufnahmezeit am Stück liegen, ne? Ja. Naja, nicht so geil. An der Ostsee konnte man länger, da war so länger kalt. Ist halt wirklich so. Ich habe dann relativ schnell so Videos gefunden im Netz, bei denen Leute diese Kamera gemoddet haben, indem sie quasi außen solche Kühlrippen aufgeklebt haben. Also die haben die nicht geöffnet, die Cam, um die wirklich heißen Teile zu kühlen, sondern quasi nur außen. Und das soll schon bei vielen geholfen haben, also je nach Herstellerdatum wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Du hängst die erstmal einfach an den Stream-PC dran oder an den PC und guckst mal, wie lange die so durchhalten. Und meine Kamera ist beim Streamen noch nicht ein einziges Mal ausgefallen. Egal, ob es jetzt draußen 40 Grad waren und hier drinnen auch eine Bullenhitze war ohne Klima und so weiter, ne? Kein einziges Mal. Die hat tausende Stunden mittlerweile auf der Uhr. Richtig krass. Ich habe meine 5100 leider abgegeben. Und aus einem sehr dummen Grund. Ich habe damals, die 5000, die war, ich hatte das Standardobjektiv drauf und war irgendwann nicht mehr so zufrieden. Und ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen Spielen gekommen bin, aber ich habe gedacht, der Sensor ist kaputt gegangen. Und habe sie dann verkauft, weil das nicht mehr so gut ausgesehen hat. Was dumm war, das wäre das Objektiv gewesen. Habe sie abgegeben. Sonst hätte ich sie auch heute noch. Ich habe mir extra eine zweite 5100 gekauft, um das System so ein bisschen zu erweitern. Und die habe ich mir gebraucht bei Rebuy geholt, noch für einen relativ guten Kurs, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt so lange bei Ebay stochern, bis ich den noch günstiger kriege. Dann kriegst du es irgendwie noch 50 Euro drunter und die ist dann aber nicht geprüft. Also ich denke, ich hoffe zumindest, dass so eine Firma wie Rebuy, die wirklich auch checkt und geprüft, ein bisschen sauber macht und so weiter. Und bei Privat, weiß ich nicht. Also ich bin da schon ein, zwei Mal ein bisschen ins Klo gegriffen bei solchen Produkten. Und dann hast du die Rennerei im Nachhinein mit da rum. Aber ist egal. Das war ganz gut. So, und die benutze ich jetzt gerade hier nicht mehr. Ich habe jetzt hier auch die Elgato-Cam erstmal dran. So als Zweitcam reicht die völlig aus von der Seite und da werde ich nochmal die Position ein bisschen ändern, bla bla bla. Dauerbetrieb funktioniert jetzt auch. Ich weiß nach wie vor nicht, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Vielleicht ein AMD-Problem, vielleicht ein Elgato-Problem, aber das ist ein anderes Thema. Also, naja. Ja, aber wir kommen gerade schon wieder so ein bisschen vom Thema ab. Wie läuft dann so eine grundsätzliche Planung bei dir ab? So, also mal angenommen, du hast jetzt so ein Projekt wie den Pi. So, dann hast du ja wahrscheinlich schon gewisse Vorkenntnisse oder wenn nicht vorhanden, dann liest du dich so ein bisschen ein. Naja, also ich sage mal, mittlerweile ist es wenig, ist es wirklich nur noch wenig Recherche, weil die meisten Sachen kennt man schon. Also ich glaube, mit Audio kannst du mich jetzt nicht mehr, mit Audio, Video und so alles, was damit zu tun hat, kannst du mich echt nicht mehr, glaube ich, schocken, was es so unfassbar krasses Neues gibt. Und also früher habe ich wirklich unfassbar viel Zeit versenkt. Also wenn ich mal überlege, ich habe, glaube ich, 2015, 16 und 17, glaube ich, fast jedes Forum, was mit irgendwie Video, Audio oder Streaming zu tun hat, durchgehabt, um wirklich in den aller, allerletzten Ecken des Internets für irgendwas eine Lösung zu finden. Sei es drum zum Beispiel diese Auxcent-Geschichte, dass man bei Yamaha zum Beispiel auf FXcent gehen kann, wenn das Ding keinen Auxcent hat, weil das genau dasselbe tut im Endeffekt. Und wie du wirklich die meisten Anschlüsse deines Mischpuldes benutzen kannst, diese ganzen Brummschleifen-Thematiken. Also ich sage mal so, das erste Mal, als ich einen Streaming-PC gekauft habe, habe ich mir einen Computer gekauft und eine Capture-Card. Und dann hat mir der gute Barney damals zwei Sound-Card geschickt und dann habe ich das über Virtual Audio-Card gemacht. Das hat sehr, sehr lange gedauert, by the way. Wirklich sehr lange. Und heute, also heute ist es wirklich sehr, also es ist schnell. Sehr schnell. Also man setzt sich hin, okay, hm, was muss ich machen, wenn ich jetzt den Pi zum Beispiel benutze, verbraucht es weniger Strom, als, äh, also der Gedankengang ist, verbraucht es weniger Strom, wenn der Pi quasi, äh, also wenn du alles auslässt, währenddessen du streamst, den Pi anmachst, verbraucht der mehr Strom, als wenn du es quasi schon mit dem Stream startest und das Ding, sag ich mal, vier Stunden auf Leerlauf läuft, dann, äh, okay, ist die Frage, kann der Pi, äh, jetzt in dem Fall, kann der NDI, gibt es ein Programm, das ich kein OBS installieren muss, sodass ich nur das NDI empfangen kann, läuft mein Chatprogramm auf Linux und, äh, läuft das andere, was ich brauche für meine Alerts auch auf Linux. Wenn ich all diese drei Fragen mit Ja beantworten kann, äh, wie muss ich ein Kabel ziehen, habe ich dieses Kabel zu Hause, habe ich eine Steckdose frei, habe ich das Kabel dazu, wenn alles da ist und ich all diese Fragen mit Ja beantworten kann, was meistens fünf Minuten dauert, dann, äh, ist das bestellt, wird gebaut und fertig. Mhm. Ich bin bei vielen Sachen noch so der, wenn ich die Produkte nicht kenne, dann, dann wühle ich mich erst nochmal durch ganz viele Rezensionen durch. Das, das Übliche, was, was quasi fast jeder so macht, wenn du dich mit dem Produkt nicht auskennst, ne? Nee, moin, nee. Und dann versuche ich so ein bisschen auszusortieren, auszusieben zwischen, 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 äh, dummen, schlechten Bewertungen, ja, wo also jemand nicht wirklich mit dem Produkt unzufrieden war oder zu doof war, es zu benutzen, ja, äh, und das dauert bei mir mittlerweile am längsten. So, und das erste Produkt, bei dem ich es jetzt, wie gesagt, einmal nicht gemacht habe, war, weil letztes Mal darüber gesprochen, der, der Laserdrucker, äh, da wollte ich einfach nur schnell eine Lösung haben, weil ich mir dann auch dachte so, was muss der Laserdrucker können, ne? Der braucht einen Einzelblatteinzug, damit ich halt so Paketmarken und sowas mal eben kurz zuführen kann. Ich muss die nicht im Seriendruck haben, einzeln reicht völlig aus, so, ne? Ich brauche ein Papierfach, das Ding soll am besten eine Netzwerkschnittstelle haben und, ja, und dann halt von einem von den größeren Anbietern, die, die schon seit Ewigkeit einen Drucker bauen, mit der Gefahr, dass die eventuell natürlich, äh, genau wie so ein, wie so ein Tintenstrahldrucker, wie so eine Art Killswitch halt eventuell haben könnte, dass, wenn die aus der Garantie raus sind, vielleicht schneller mal kaputt gehen, so, ne? Ja, schauen wir mal. Also ich lese, Bewertungen lese ich gar nicht mehr, weil ich, äh, es gibt zu viel Fake-Scheiße. Und das bringt dir, das bringt dir überhaupt nichts mehr, eine Bewertung zu lesen. Du hast deinen Käuferschutz und den nimmst du dann in Anspruch. Ich lese das nicht mehr. Da steht so viel Jauche drin, ne? Der eine sagt dir, äh, das Produkt ist mega geil und dann stehen da 5000 Bewertungen, wo steht mega geil und einer sagt dann so, ja, ist ultra scheiße, ja, was willst du jetzt damit mal anfangen dann so? Ich kauf dir was. Ich verstehe, was du meinst, ne? Gerade auch so diese ganzen gefakten oder gekauften Bewertungen so, ne? Wenn du dann, ja, du kriegst irgendwie noch ein paar, ein bisschen Gutschein-Rabatt oder so und, äh, oder irgendwie Guthaben, wenn du eine Fünf-Sterne-Bewertung mit ein paar, ein bisschen Textzeilen und ein paar selbstgemachten Bildern machst. So, das ist ein riesengroßes Problem, gerade auf, äh, gerade auf, ähm, auf Amazon. Was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn jetzt beispielsweise im Gaming-Bereich oder im typischen Influencer-Gaming-Bereich so ein Produkt rauskommt von einer Firma, ähm, dann kommen zuallererst die Reviews auf YouTube raus, äh, mit, mit den Produktvorstellungen. Und ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, sodass da absichtlich, äh, negative Sachen festgestellt, äh, weggelassen werden. Ich würde eher behaupten, dass das alles User sind, die die Produkte vielleicht gar nicht richtig, äh, nicht nutzen, sondern sie einfach nur sich die, die Hersteller-Sachen durchlesen, okay, das und das kann das, dann wird das vorgelesen, dann wird das gezeigt, guck mal hier, ne, ganz tolles Teil und läuft. So, aber die Reviews, die dann, die dann eine Welle später kommen, ne, also einen kurzen Moment danach, die, die das Produkt wirklich gekauft haben für einen bestimmten Anwendungsfall und dann darüber sagen, guck mal, ich hab's hierfür gekauft und da treten Probleme auf. Das, das sind genau die Sachen, auf die ich's dann abgesehen habe. Weil ich mir im Vorfeld dann vielleicht selber schon Gedanken darüber gemacht hab und denke, naja, dieses Produkt sieht schon ganz gut aus, aber in dieser Form müsste es ja eigentlich dieses Problem haben oder wie umgeht es das Ganze? Und meistens lieg ich damit gar nicht so verkehrt. So, und wenn ich jetzt mal, äh, wieder ganz zurückruder an den Anfang, wenn ich was plane, mach ich das im Prinzip aber auch ähnlich, ne, ne, also das fängt nicht so im Reißbrett an, sondern erst mal so, oder auf dem Reißbrett an, sondern erst mal direkt im Kopf, ne, und, äh, genauso wie wenn du einen Computer zusammenbaust, ne, das kannst du ja mittlerweile, ich will nicht sagen im Schlaf, ne, aber im Prinzip, äh, was hast du dir da früher für Gedanken drum gemacht? Und heute weißt du genau, Checkliste abarbeiten, ne, dies, das, jenes, okay, was wird hier unterstützt für, äh, Taktraten am Speicher als beispielsweise, ne, ähm, durch die CPU, ey, oder gibt sich das Mainboard oder andersrum, ja, äh, äh, was ist da maximal möglich oder was braucht man, was ist sinnvoll, was würde man ihm empfehlen? Du brauchst jetzt nicht einem, jemanden, der nebenbei ein bisschen zocken will, einen 5950X, äh, aufs Auge drücken, der ist ein 5800er schon zu, schon zu stark, so, ne, ähm, ja, und ich hab gelesen, um eben kurz mal einen kurzen kleinen, äh, Absprung zu machen, ähm, ich hab mitbekommen, die, die Grafikkartenpreise werden allgemein, sind allgemein, äh, gesunken. Verfügbarkeit geht langsam wieder ein bisschen hoch, ne, kann jetzt nur sein, kurzfristiges Phänomen gewesen sein, aber Grafikkarten, äh, sollten hoffentlich ein bisschen besser zu kriegen sein. Immer noch teuer, immer noch nicht überall lieferbar, immer noch, ähm, mit ein bisschen Glück dabei, aber es geht langsam wieder bergauf. Finde ich schön. Also, äh, ich glaube, die meiste Zeit beim Plan verbrauche ich mittlerweile, wenn Leute mich fragen, ob ich ihr, ihr Zeug machen kann. Also, was mittlerweile nicht so wenig sind. Ähm, aber auch da habe ich festgestellt, das ist, das ist, aufgrund der jahrelangen Recherche, bist du halt einfach, also, es sind halt viele Automatismen drin. Also, Rechner zusammen klicken, dauert keine fünf Minuten, weil, du musst mittlerweile, kennst du deine Marken, die du ausprobiert hast, so, da brauchst du dich nicht, äh, hinsetzen und groß Reviews lesen, weil in den Reviews steht meistens sowieso, ja, in sechs Monaten kommen sowieso die neuen raus, brauchst du jetzt gerade nicht kaufen. Kennen wir alle. Oder, bei Arbeitsspeicher ist das auch so, das Ding ist halt, du hast diese, den elitären Kreis, so, die ihre, äh, Benchmarks machen und da den allerletzten Krissel rausholen, aber was für ein stinknormaler Anwender, so mit 3600 Megahertz RAM, so, was will der damit? Der weiß nicht mal, ganz ehrlich, das kann immer noch sein, wenn er das, äh, XMP-Profil lädt, dass die Schüssel ihm alle, weiß nicht, zwei Wochen mal absegelt oder so, weil das glaube ich, also nicht glaube ich, weil die, weil die Dinger immer noch nicht so stabil sind. So, und wenn du, äh, wenn du davon ausgehst, was du selber für Erfahrungen gesammelt hast, okay, 3.2 lief bei mir eigentlich immer gut, ist preisig eigentlich ganz okay, äh, kannst du den ja da rein nageln. Also, dass du denn halt solche Sachen, hast du ja alles schon miterlebt und, äh, ausgetestet und dann brauchst du da ja auch gar nicht mehr so lange, äh, drum überlegen, sag ich mal, was da reinkommt und was da nicht reinkommt. Und, äh, dann hat man halt selber schon mal x Millionen, äh, NVMe's da gehabt und ausprobiert und Festplattenhersteller und Kühler und wenn das dann, dann, also Rechner ist halt wirklich zehn Minuten zusammen klicken, fertig. Ich lass mir da schon ein bisschen mehr Zeit mit. Und ich würde auch den 3600MHz Speicher jedem empfehlen, weil Preis-Leistung ist halt gut. Ja, jetzt aktuell, aber wenn du mal so ein Jahr zurückdenkst, was der halt gekostet hat, so, jetzt kannst du das, war viel zu teuer so. Und jetzt gerade, also ich meine, ich hab's jetzt noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, das ist Standwissen, äh, Mitte letzten Jahres, äh, wenn du Stand jetzt, äh, das reinsteckst und die Dinger vom XMP-Profil her stabil laufen, was ich noch nicht ausprobieren konnte und ich geh immer von meinem Wissensstand aus, weil, ey, ich guck mir keine Reviews mehr an, weil dir jeder irgendwas erzählen kann. Und ich hab ehrlich gesagt aufgehört, äh, aufgehört, mir sowas anzugucken, weil jedes x-beliebige Video kann gesponsert sein und du kriegst halt so einen Zettel da vorgelegt und ich weiß halt, wie es ist. Ich hab leider keinen, äh, wo ich sagen kann, ey, okay, dir glaub ich das so, all good in the neighborhood, weil wenn jedes zweite Video gesponsert ist von D-Stars Ananas, äh, weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hab mein... Ja? Bei solchen Sachen interessieren mich halt eher die Use Cases. Ne, also, wie gesagt, eine Verpackung ablesen, das kann jeder. So, und das interessiert mich auch nicht. So, das kann ich auf der Hersteller-Website ja auch nachlesen, wenn ich mal die Mühe mache oder so dazu, ne? Aber mich interessiert dann so ein Use Case. Ja, wir haben das und das hiermit gemacht und das funktioniert so und so und das und das funktioniert nicht so gut. So, das ist genau das, wo ich meine Informationen dann rausziehe. Wirklich. Ich mach das auch gar nicht mehr. Also, ich bin ganz ehrlich, wenn so ein Sponsor mir so ein Sheet vorlegt und ich soll es vorlesen, frage ich immer, darf ich das denn eigentlich auch einfach so machen, wie ich das für richtig befinde? Ohne euren Text vorzulesen? Weil, zum Beispiel, du kriegst einen Rasierer, das war mal super. Ich hab mal von Braun ein Placement gehabt. Alter, ich hab so ein Briefing gehabt. So ein Ding. Und dann hab ich vorher gesagt, sag mal, denkt ihr nicht, dass es viel cooler wäre, wenn ich mich damit einfach rasiere und wir das Ding ausprobieren, ob es das kann, was es soll? Und dann reden wir über diese Anwendung dieser Sache? Ja, nee, müssen wir jetzt so und so machen. Und dann hab ich nachher gesagt, es tut mir wirklich leid, aber das ist nicht glaubhaft. Wer soll dir das abkaufen? So. Und am Ende hab ich mich rasiert mit dem Ding und es war halt, war wirklich gut. Ich benutze den heute noch und feiere den immer noch, total. Aber ich hab nicht einmal die Notizen abgelesen. Weil ich das halt, wenn mir jetzt Elgato zum Beispiel die Kamera schickt und sagt, ich soll die Dinger vorlesen, dann sag ich so, nee, machen wir nicht. Warum soll ich das tun? Das ist doch totaler Blödsinn. Oder wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, genau, ich hab mal ein Wireless-Headset gekriegt, ja? Und ich bin ja überhaupt gar kein Anwender von einem Wireless-Headset. Hab ich gesagt, okay, pass auf, schick mir vorbei, ich teste das an meinem MacBook und mach das hier nebenbei, wenn ich so durch die Wohnung laufe und teste das einfach. Ich hab da nicht einmal erwähnt, dass das Hyper, super, dingsi-bumsi-Bluetooth-Connect irgendwas ist, sondern ich hab gesagt am Ende, okay, pass auf, mit meinem Empfänger von diesem Board konnte ich fünf Meter weit weggehen und dann ist das eingebrochen. Sprachqualität hier hab ich aufgenommen, könnt ihr euch gerne anhören. Alles andere vom Sound war super, es hat über Klinke funktioniert, USB hat's funktioniert, klang schön, fertig ist der Bums. Da muss ich doch keinem erzählen, dass das super Hyper-USB-Bluetooth-Dongel-Dingel-Dongel-Dings-Bums ist, weil was sagt denn das aus? Nix, was kannst du damit anfangen? Gar nix. So, vielleicht kannst du sagen, okay, es läuft über 2,4 Gigahertz so, nice to have, aber alles andere ist doch so, diese ganze Vorstellungsliste, ey, zum Beispiel, sagen wir einfach mal deinen Tisch, ja, dir schickt einer so ein Briefing zu deinem Tisch und der fährt am Ende, fährt der hoch und der fährt runter und der hat eine Speicherfunktion und das war's und die schicken dir so ein Briefing. Wer soll dir das denn, also ganz ehrlich, wer soll dir denn in einem Placement das abkaufen? Das stimmt. Aber nochmal ganz zurück zu Elgato eben. Ja. Die sind, also zumindest den Kontakt, den ich da habe, der, also die sind super entspannt. Ja, das stimmt. Das ist keine, das ist weit weg von, du kriegst einen Zettel und ist mehr so bei, wir schicken dir das mal und wir freuen uns, wenn du ein bisschen Content teilst, ne, aber, und auch wenn du was zu kritisieren hast, ne, klar, aber bashen, keiner mag, wenn drauf rumgebasht wird. Weißt du, wenn irgendwann mal was nicht okay ist, dann kannst du, das ist immer eine Frage des Tons, ne, es ist völlig okay zu sagen, hey, hier, da haben sie vielleicht ins Klo gegriffen, das ist nicht so geil, aber, Elgato habe ich, habe ich als total entspannt bisher kennengelernt, ne, also, da gab es keine Briefings, da gibt es keine Vorgaben, da gibt es kein, kein dies, das, Ananas oder so weiter und, ähm, das, das finde ich auch am besten, also ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so ein, so ein, ich habe schon, ich habe auch, ja doch, ich habe letztes Jahr auch schon mal so ein Briefing gehabt, ähm, das war dann bei so einem Livestream und irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist, also, also, ich sage mal so, von dem Briefing ist nicht wirklich viel in meinen Stream eingeflossen, ne, das ist dann halt auch gewesen, so, und so hat, habe ich das, äh, mit, mit, äh, mit Planung halt auch, weil, also, du gehst halt so, dann, dann, wenn ich jetzt mal das Mischpult durchdenke, also, bevor ich das gekauft, hatte ich ja das Mackie, so, und das, ich habe mir das halt, vorher habe ich mich hingesetzt und aufgrund der Tatsache ist ja bei dir auch so, du hast ja deine Sachen schon seit Jahrzehnten, so, dann sitzt du da, dann guckst du dir das Bild an und zählst die Kanäle durch, okay, Playstation, dies, das, ne, 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 genau so, gehst du auf die Webseite, zum Beispiel bei Thomann, Musikproduktiv, Musikaktiv, wie sie alle heißen, machst dir das scheiß Produktbild von dem Teil auf, dann guckst dir das an, alles klar, eins, zwei, ja, genau so, so, und dann rechnest du das durch und dann denkst du dir so, okay, was kannst du damit alles machen, äh, das, was kannst du damit machen, also, musst du groß was umbauen und ich versuche halt bei mir nicht immer groß umzubauen, sondern einfach nur zu upgraden, so, und dann, äh, hab ich das Ding, äh, gekauft, also, ich hatte das ja erst bei, äh, eGuy gesehen und deswegen bin ich da aufmerksam drauf geworden und dann hab ich mir das einfach geholt, hab das da eingebaut und dann war fertig, so, und dann musst du halt immer gucken, also, bei mir passt das vom, vom Platz her, also beispielsweise, äh, ich musste mir ein größeres Rack kaufen, also, ein höheres, manchmal ein anderes, mal zu klein, so, und jetzt, dann sind ja noch die beiden DBX da drin, die Steckdosen und dann, wo kommen deine Konsolen hin, also, bei mir ist super viel Vortheorie, damit ich nachher einfach, babababababab, hinstellen, bib, bib, und fertig, so, und dann sitzt du halt vor dem Ding, zählst das Rack durch, wie viel HE hat das, wie viel HE verbrauchst du, wie viel bleibt übrig, was ist potenziell upgradbar, so, und das geht mittlerweile so schnell, weil du ja, äh, das kennst, dass du dann halt, bei mir, ich hab zwei Einschübe bestellt, ich hab mir dann eine neue Steckdosenleiste mit extra Sicherung bestellt, äh, und dann kommt die ganze Kacke hier an und dann wird das einfach zusammengezimmern. Klingt sehr gut. Ja. Klingt sehr gut. Ich hab, als ich meinen Stream-PC aufgebaut hab, also den letzten, ähm, hab ich mir viele Gedanken gemacht, wo ich mal ein Mischbild hinstelle, wo, wo die ganzen Komponenten hinkommen und so weiter, und, 19 Zoll passt halt nicht in dieses Standard-IKEA-Regal, ne, und ich hab, man wollte den PC immer oben drauf stellen und der Stream-PC sollte immer in einem Gehäuse sein, dass man das in so eine, so eine typische, ähm, ja, in so ein typisches Quadrat halt reinschieben kann und das funktioniert auch mit dem, sehr eher 240 und das ist alles top, auch von der Belüftung gar kein Problem, aber um so ein 19 Zoll-Bauteil einzusetzen, wie beispielsweise jetzt hier den DBX, ähm, das funktioniert halt nicht so und dann, ja, kurzerhand wurde dann, wurde das Ikea-Ding halt auseinandergenommen, ähm, es wurde eine Strebe ein bisschen verschoben, dann kam da so ein, ähm, so ein, so ein Metall-Konstrukt unten rein und da dieses ganze Ikea-Zocke-Eno-Presspappe ist, ähm, wurde das einfach kurzerhand festgeklebt. Das ist jetzt quasi ein, ein Teil mit dem, mit dem Regal, weil das Regal kostet halt auch nicht die Welt, ne. Ähm, und das, das war, das war im Prinzip schon alles. Also ich bin da doch sehr, sehr modular und einfach aufgebaut und das ist auch eben so der Punkt. Ich fand, finde zum Beispiel so ein Produkt wie das GoXLR, finde ich super spannend, aber es ist halt das komplette Gegenteil von einem modular aufgebauten System, ne, wenn du einen Fehler mit deinem Mischpult hast, okay, Mischpult neu oder ersetzt oder ein anderes besorgen, läuft wieder, ne. Ähm, beim GoXLR geht ein Bauteil kaputt und du, du brauchst, brauchst es vielleicht zum Beispiel gar nicht den Sampler, ne, du kannst nicht drauf verzichten, weil das ganze Ding nicht mehr funktioniert. Ich bin ein super Freund von, ähm, modular aufgebauten Sachen und, äh, da fieber ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen hin, in Richtung, ähm, Stream PC, ne. Also das so, da freue ich mich schon sehr drauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hab das auch, äh, also ich hab ja die, die Jahre jetzt so der, der, des Aufbauens oder nennen wir mal diesen Prozess von einem Computer zu diesem Monstrum war ja doch sehr viel Planung. Also das war ja, also ich sag mal, verteilt über die Zeit war es viel Planung. Und über die Zeit, naja, das waren wirklich das, aber, aber Stunden. Also wirklich stundenlang. Also, so ganz kleine Probleme und so, nur Auxent-Geschichten, wie kriegst man Brummen weg, bisschen. Sollen wir mal ganz kurz dieses Auxent auflösen, was du damit eigentlich meinst? Achso, ja, also, genau, pass auf, das ist das, das wahrscheinlich wird euch jetzt gleich alles aus dem Arsch fallen. Weil, wenn du zwei Computer hast, oder nee, sogar bei einem ist das auch schon ein Problem. Du möchtest einen Computer verwenden, sagen wir mal, und du möchtest dein Mikrofon einzeln an den Computer übertragen, damit du im TeamSpeak, damit nicht alle im TeamSpeak deinen Scheiß hören, den du im Hintergrund hörst. Wie Jim früher, ja, immer wenn ich mit anderen Leuten spiele, lasse ich Musik im TeamSpeak laufen. Das fand ich super weird, by the way. Aber das hat Jim, glaube ich, ja, früher hast du das mal gemacht, also, früher hast du das mal gemacht, als wir zusammen, irgendwas haben wir zusammen gespielt. Und da hast du Musik laufen lassen für die Leute im TeamSpeak. Weiß ich, äh, 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 ist lange, lange her, war es wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Okay, 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 okay. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Auxent bedeutet einfach nur, dass du deinem Mischpult sagen kannst, über dieses Kabel führst du bitte nur das Mikrofon. Nichts anderes, nur ein Mikrofon. Oder was auch immer du damit übertragen willst. Und, äh, damals, als man angefangen hat mit zwei Computern, gab es die wildesten Lösungen, um das einzeln irgendwo hin zu übertragen. Bis hin zu abgespaced, dass man zwei Mikrofone hatte. Es gab Menschen, die haben sich zwei Mikrofone hingestellt. Und, oder, und, oder, sie haben ihr Headset genutzt, um nur mit dem Headset mit den Leuten zu sprechen, die, äh, in ihrem TeamSpeak waren, auf dem Gaming-PC und das gute Mikrofon für die anderen. Und, das hat mich irgendwann so sehr getriggert, weil ich am Anfang, äh, am Anfang hab ich halt, äh, ich, ich hatte gar keinen Bock, dass irgendwer die scheiß Quali hört, weil ich hab mir ja nicht umsonst so ein teures Mikrofon gekauft. Und dann, äh, ging das wilde Suchen los. Und, äh, ey, mittlerweile, wenn, also, wenn, wenn du so dieses Grundprinzip verstanden hast, kannst du so krasse Kacke bauen, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, was du für eine Kacke bauen kannst um den Stream rum. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, damals hat man zum Beispiel als Streamer keine Musik laufen lassen, sondern hat das via, äh, Virtual Audio Cable getrennt, so, dass man nur selber Musik gehört hat, aber der Stream nicht. Und diese Scheiße kannst du halt alles über, über Hardware, kannst du das alles lösen mit solchen Augsend, mit irgendwelchen Gruppen und du kannst das rausfiltern und das rausfiltern und solange du Eingänge oder Ausgänge hast, kannst du einfach so ein abgespacedes Zeug bauen, das ist einfach nur crazy. True. Ähm, also das mit dem, mit dem Augsend, ja, ne, die einfache Erklärung ist halt, dass du einen einzelnen Kanal oder mehrere Kanäle sagen kannst, den überträgst du bitte an diesen Ausgang. Genau. Die ist super simpel. Und, ähm, wie du schon gesagt hast, na, am Anfang, wenn du, wenn du dich mit dem Thema, äh, Streaming oder YouTube-Videos aufnehmen, auseinandersetzt, dann willst du halt zum Beispiel die Musik, die man ja auch im Stream früher vielleicht hat laufen lassen, ähm, die, die willst du halt nicht auf der Aufnahme haben, ne, oder halt, die soll der Stream nicht hören, wie du gerade gesagt hast, ne, und dann hat man diese Virtual-Audio-Cable-Sachen gemacht und da gibt es ja auch viele verschiedene Softwarelösungen und das, da war ich nie ein Freund von. Also das hat immer irgendwann angefangen zu rauschen, es hat Aussetzer gehabt, es ist abgestürzt und manche Programme liefen ein bisschen besser als andere, aber das war nie so eine Lösung für mich, die wirklich, ähm, praktikabel war. dass man, auch früher bei Umwege, aber mittlerweile geht es ja auch über Windows-Boardmittel, ähm, zwei Soundkarten hat, ne, beispielsweise, also ich meine, wir haben ja sowieso mehrere Soundkarten, aber, ne, auch so eine USB-Soundkarte zum Beispiel am PC anschließen, ich weiß, USB, böse und so, aber egal, äh, da kannst du natürlich über Windows-Boardmittel sagen, hey, äh, Spotify soll über diese Soundkarte laufen und geht über ein Kabel in dein Mischpult und dann deine, deine normale Soundausgabe, jetzt, ob das eine Soundkarte ist oder ein Onboard-Sound, ist ja egal, ähm, darüber lässt du den ganzen anderen Kram laufen, ne, und dann hast du quasi zwei Ausgänge und das geht über das Mischpult wieder zusammen, am Mischpult hängt dann wiederum dein, dein, dein Headset als Beispiel, also das jetzt geht jetzt zum Beispiel nicht, weil es ja ein USB-getriggertes, äh, oder angeschlossenes Wireless-Headset ist, ähm, wieder ein anderes Thema und, ähm, darüber monitoren hat man das Ganze und dadurch, dass du alles an deinem Mischpult angeschlossen hast, ähm, kannst du dich halt auch latenzfrei monitoren, also das, was du sagst, dann halt wieder hören, was ich auch noch nie permanent gemacht habe, immer nur zum Einpegeln und, äh, wo ich, wo ich ja immer, immer wieder belächelt für werde, so, dass ich das, ja, wie kannst du dich die ganze Zeit nicht hören, du musst doch wissen, wie laut du im Vergleich zu dem Game-Sound bist oder zu deinem Gesprächspartner und so, ja, das stimmt, das muss man am Anfang einmal gescheit eintriggern und, äh, einpegeln und ich bin da bestimmt auch nicht, äh, kein leuchtendes Vorbild und Beispiel, weil sich selber permanent zu hören, macht natürlich mehr Sinn, aber da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich mir die ganze Zeit mal noch mein, mein, mein Sound auf dem Ohr hätte. Du hörst dich selber auch. Also, selbst wenn du es abnimmst, hörst du dich selber. Das Ding ist halt, äh, du hörst dich ein bisschen lauter und klarer. Du hörst, durch deinen, durch den Resonanzkörper, hörst du dich so oder so. Das ist, jeder, der das erzählt, dass er sich nicht selber hört, erzählt eigentlich Quark. Also, selbst wenn du jetzt den Ton muten würdest von mir, würdest du dich unter den Kopfhörern selber hören, weil deine Resonanz auch in deinem Kopf und Körper da ist. Natürlich, natürlich. Nein, wenn es langer oder kurzer Sinn, bei der, bei den wilden Lösungen, da gab es dann Lösungen mit Y-Kabeln, es gab Lösungen mit, äh, wie du schon sagtest, zwei Mikrofonen, äh, oder auch, also ich hab, ich hab mal, ich hab mal einen Streamer gesehen, der hat an seinem, äh, seinem Stream-PC, äh, dann, äh, ein zweites Headset aufgab, weil, weil irgendwie sein Großmembran irgendwie nicht verfügbar war, kaputt war oder er hatte keins oder was. Er hat wirklich ein Headset aufgab und das andere hing so los an ihm rum, ne, und, ja, kann man machen, ne, also, äh, Bonuspunkte für Kreativität, aber, ich glaub, das ist keine Dauerlösung oder ist für viele auch keine Dauerlösung und, und, es gibt ja so schöne Möglichkeiten, das dann halt zu trennen und da muss ich echt sagen, das ist so eine Sache, die ich bei dem, äh, Wave-XLR von Delgato ein bisschen schade finde, dass man halt keinen Klinkenausgang hat, dass man halt das Gerät nur als reines USB-Audio-Interface benutzen kann und nicht nochmal das Signal per Klinke rausschubsen kann. Dann wär's noch besser. Dann wär's richtig, dann wär's für mich rund. Das ist ein bisschen schade. Also, ich glaub, Ton, wenn ich mal so in mich gehe, hat wirklich die meiste Zeit gedauert. Ja. Weil... Ich bin da absolut nicht so weit wie du, aber ja. Also, Ton hat für mich sehr lange gedauert, weil für mich war, ich brauchte damals, ich brauch alles auf Schieberegler und dafür gibt's für mich auch überhaupt keine andere Option. Ich hab angefangen damit, ich hab mir damals mein, äh, mein, äh, Yamaha, MX, nee, doch, MX-10U, ja, MX-10U, das ganz kleine hab ich mir geholt und, oh, da gab's nur, nur drei Stereo-Kanäle. Ja, ich glaub nur drei Stereo-Kanäle. Uh, ei, oh, oh, und dann ging's, da ging's ja dann los. Das ist ein Mikrofon und dann hast du ja immer bei den, äh, dann hast du immer bei den, äh, bei den Kanälen, hast du immer das Problem, es sind ultra viele Mono-Kanäle, aber nie Stereo-Kanäle. So, und dann sitzt du da und dann, ach, scheiße, dann hast du vier Soundkarten und du kriegst die da nicht rein. Oh, und dann ging das ja, ging das los, okay, man will ja alles drehen und, dann ging das am Anfang nicht und, äh, Küsstchen geht raus, dann sitzt, E-Guy und der sagt mir dann, ey, mal, wenn du einen Mono-Kanal nach links drehst von der Balance und einen nach rechts, hast du auch einen Stereo-Kanal. Und ich so, ey, war? Alter, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten. Und dann ging's, äh, dann ging's damit los und, ähm, das weiß ich noch, das hat mich, äh, sehr viel gekostet, wie krieg ich alle Konsolen spielbereit nur einschaltend in den Stream. Und da, da war, da... Lass mich raten, das war die Geburt der Matrix? Das war die Geburt der Matrix. Richtig. Und ich hab, danach hab ich sehr lange, danach hab ich sehr lange gegoogelt, weil am Anfang hab ich, äh, hab ich immer noch ein HDMI-Kabel umgesteckt, weil, äh, äh, ich hatte einen Splitter und der eine hat das dann in den Monitor, der andere in die Capture-Karte, äh, in die Capture-Karte. Ähm, und dann hab ich die Matrix gefunden und das war für mich so, oh, ah, oh, und das Geile ist, wenn man ein bisschen sucht, findet man eine Matrix mit einem optischen Ausgang und das war so, oh, ah, und in dem Moment, äh, hab ich mir so ein Ding gekauft, die hab ich heute noch und sie läuft heute noch einwandfrei, das ist eine 4 zu 2 Matrix, ähm, da sind alle Konsolen dran, immer noch, also ist immer noch alles einsatzbereit, auch wenn ich sie nicht benutze, und dann, äh, kannst du die halt einschalten und der nimmt immer von dem jeweiligen HDMI-Signal, was du nimmst, den Sound und dann steckst du das in deinen Mischpult und dann ist scheißegal, welche Matrix du, äh, nee, welche, es ist scheißegal, ähm, welche Konsole. Welche Konsole du anmachst, du hast immer das Bild an derselben Stelle und du hast immer, äh, den Ton an derselben Stelle. Und das war für mich, ich glaub, 2016 war das für mich eine Offenbarung, weil da hab ich dann halt alle Konsolen gehabt und mich hat das so angepisst und, ähm, da war, also das war wirklich so mega geil. Also für mich hat sich das, glaub ich, 2050, als ich angefangen hab, das war für mich immer so ganz teures, äh, nicht Männer-Lego, das ist Quatsch, aber Erwachsenen-Lego und dann bin ich, ab da an war ich komplett verloren. Weil dann hab ich, hab ich wirklich alle Probleme, die ich hatte, alle angegriffen, alle. Wo du grad sagst, HDMI-Matrix, also ich glaube, dem einen oder anderen wird das was sagen, ich konnte damit lange Zeit auch nichts anfangen, ich versuch's mal in meinen Worten zu erklären, eine HDMI-Matrix ist nichts anderes als ein HDMI-Switch in dem Sinne, also an die du mehrere HDMI-Geräte anschließen kannst, in unserem Fall oder in deinem Fall sind das halt verschiedene Konsolen, es können natürlich auch Blu-Ray-Player oder weiß der Geier was sein und, ähm, du hast gerade gesagt 4 zu 2, das heißt also, du kannst vier Geräte anschließen und kannst, ähm, mit zwei HDMI-Kabeln gleichzeitig rausgehen, also sprich, du könntest es an den Fernseher und an der Capture-Karte geben oder an einen, an, 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 an einen Projektor und an deinen Computer mit einer Capture-Karte oder was weiß der Geier, was auch immer und hast dann noch die Möglichkeit, in deinem Fall jetzt noch mit einem optischen, ähm, ähm, äh, Kabel rauszugehen, also sprich, dass du den Sound auch nochmal gesondert rausziehst, was wieder super einfache Möglichkeiten gibt, wenn du damit wiederum über den Converter ins Mischpult gehst, dass du, ähm, dass du den Matrix-Sound sozusagen auch immer einzeln hast und es ist völlig egal, was du dann anschließt, du musst dir keine Gedanken darüber machen. Das, äh, finde ich super spannend und ab und zu, ähm, gehen wir so bei Epos Vox und bei so den anderen üblichen, äh, amerikanischen Streaming-Menschen, äh, taucht mir immer so das eine oder andere Produkt so auf, dass wir da eine höhere Auflösung können und dies und das und jenes und so weiter, ne, aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn du zum Streamen eine Konsole, äh, zu Hause hast, ist es jetzt egal, ob es jetzt eine Xbox oder eine Playstation oder whatever, so weiter ist, ne, dann musst du da nicht in 4K spielen, ne, also das, das, das hat, du hast dann keinen Vorteil. Doch, hast du. Wenn deine Capture-Card das kann, wenn deine Capture-Card das kann, dann kommst du mit einer runderen Auflösung durch und du füllst mehr Pixel, äh, in das Bild. Füllst du besserer Qualität am Ende. Also gerade bei langsamen Story-Games, äh, ich würde wirklich immer, ich würde wirklich immer empfehlen, die höchste Auflösung in die, in die Full-HD reinzudonnern. Mache ich auch immer. Ich kenne mich mit Konsolen jetzt so nicht auf und natürlich kennen wir das Prinzip, wenn du, wenn du, sagen wir mal, dein Source-Material ist 4K und du renderst es dann runter, äh, sieht es natürlich geiler aus oder anders gesagt, selbst wenn du nur einen 1080p-Monitor hast, lässt du YouTube auf 4K laufen, weil das Bild dann auch geiler aussieht, ne, wegen höherer Bitrate, et cetera, et cetera. Genau. Ne, seitens YouTube. Gar keine Frage. Ne, also, um das eben mit der Matrix abzuhängen, äh, oder abzuschließen, äh, das, äh, habe ich bei dir auch zuerst gesehen, ne, das hast ja auch schon ewig und drei Tage und, ähm, hab, hab dann aber Mangels Konsolen und Anwendungsmöglichkeiten mir das auch nie geholt, weil, warum auch, ne? Jetzt habe ich zwar zwei Konsolen und ganz, ganz selten wird da mal was mitgemacht, aber die sind momentan noch nicht betriebsbereit. Aber wo du gerade sagst, deine sind betriebsbereit, machst du da regelmäßig Updates? Was, mit den Konsolen? Ja. Nö. Die stehen einfach, die stehen nur da und sind ready to go. Ja, okay. Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, nachher die Playstation anmachen will, dann, dann ist sie da. Also, meine Switch habe ich jetzt nicht mehr dran, weil die hat mein, äh, bester Kumpel, die habe ich seiner Tochter quasi auf Dauerleihgabe gegeben, weil halt cooler Onkel Dizzy so, müsste mir mal eine neue kaufen. Weil, sonst müsste ich hier das wegnehmen und dann ist sie traurig, aber ansonsten ist alles ready to go. Naja, aber wenn du ein Spiel aus einem Store downloaden willst, musst du doch ein Update machen. Ja, kann er doch. Oder, also. Ja, das wäre die Frage gewesen, ob du die Konsolen ab und zu einschaltest und sie abge, also immer auf dem aktuellen Stand hält. Nö, meine. Die sind jetzt ein halbes Jahr aus, glaube ich schon, oder so. Mhm, ja. Das lasse ich dann immer machen, wenn es soweit ist. Also das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber das hat, also das, das Ding, das hat alles gechanged bei mir. Also das hat wirklich alles geändert. Und ab da an ging es eigentlich nur noch bergab in Portemonnaie. Danach ging es nur noch bergab in Portemonnaie. Also ganz ehrlich, wenn ich, ah, ich kann euch das leider nicht zeigen, ne. Ich habe meinen, ich habe meinen Desktop nicht freigegeben. Oder? Können wir das irgendwie machen, dass ihr meinen Desktop und du mein, also kannst du meinen Stream sehen? Also. Du könntest mir, du könntest mir eine Desktop-Freigabe von dir geben und ich baue das bei mir eben ein, wenn du das willst. Äh, warte noch. Weil das ist, also das passt sehr gut zur Planung. Wenn ich jetzt wüsste, wie mein, äh, sind wir immer noch auf 154 unterwegs? Das muss ich kurz mal, warte mal kurz. Äh, warte mal kurz. Ich muss schnell rausfinden, weil das habe ich gerade nicht im Korb, äh, wo mein Dings unterwegs sind. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine mit Planung. Also das, das ist, glaube ich, ein, äh, vielleicht gar nicht so uncool und, äh, ah, aha. Ah, aha. Ähm, weil dann könnt ihr ungefähr, glaube ich, verstehen, äh, was ich damit meine. Ich meine, einige von, äh, meinem Stream kennen das schon. Äh, buh, 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 gibt mir eine Sekunde, Chat, darauf habe ich nicht vorbereitet, dass ich das auch Alex geben muss. Kein Ding. Wo ist denn jetzt meine Maus schon wieder? Hier, da. Easy peasy, lemon squeezy, äh, share your screen, äh, nee, abbrechen. Gibt's nicht eine Capture Card, die ich sharen kann? Ach so, ich brauche ja gar kein share screen machen, sondern ich mache einfach share your camera. richtig schlau. Richtig schlauer Pepega. Och, easy, gar kein Problem. Okay, äh, so, das müsste, ist meine Kamera noch da bei dir? Ja, ne? Ja, alles gut. Okay. Och, alles hier on the fly wieder. Alles on the fly. The stream ID your essentially is already in use. Ach so, ich muss wieder was Neues machen. Mhm. Ach, na gut, dann war ich doch wieder nicht so schlau. Äh, create a room, bo, 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 wo war denn das hier? Äh, da, yes, okay, kann ich hier ein Passwort machen? Passwort nehme ich so wie immer, ne? Ja, du schickst mir nur einen Link, den trage ich ein. Ach ja, stimmt. Genau. Okay. Äh, jetzt möchte ich dir fixieren. Okay, ja, so. Pass, Sekunde. So, jetzt gehen wir wirklich in die Matrix rein. Oh, das ist falsch. Okay. Äh, bo, 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 das kann ich nicht, das kann ich nicht, äh, da, so. Aber jetzt geht es. Also, man sieht jetzt quasi nur, äh, ein Login für Discord, ne? Ne. Ich habe gerade meinen Screen geshared. Sekunde. Ich glaube, du bist dann... Fehler gefunden, Fehler gefunden, Fehler gefunden, Fehler ausgeschaltet, Fehler behoben. Ähm, ich glaube, du hast nicht den Share-Link genommen. Ne? Nö. Oh. Das ist nicht der Link aus der Browser-Zeile, sondern der da drunter steht, direkt in der ersten Zeile. Ups, Entschuldigung. Glaube ich, glaube ich. So, ich versuche das hier mal schnell, äh, overlayfreundlich anzupassen. Äh, okay, ich glaube, das sollte gehen. Ähm, düdlülü. Alles klar. Okay, muss doch noch ein bisschen kleiner, weil das im Overlay auch nicht reinpasst. Wartet. Also, das ist jetzt hier mein Mischpult, okay? Äh, für die Leute, die das interessiert. Und ab hier, ist es eigentlich, im Grunde genommen, wenn man sich damit auskennt, ist es gar nicht so fancy. Es bedarf ein bisschen Planung, weil es so drei, vier Kabel sind, wie ihr sehen könnt, äh, geht hier, geht hier einiges durch. Also, bis hier hinten. Ich sehe noch kein Bild. Du siehst kein, ach so. Ja, dann sag mir das doch. Äh, ich sehe noch kein Bild. The, the, the link is not working. Copy this, äh, okay, warte, copy the clipboard, alles klar. Hab ich dir den falschen? Nee. Ach so, doch, warte mal, hier ist, ist es der? Ja, ich glaube, der ist das. Hä? Das ist einfach. Nee, da steht, da steht ein anderer Parameter noch dahinter. Nee, die sind vertauscht, die beiden Parameter. So. Now I see. So, chat. Okay, äh, das wird jetzt ein bisschen flexi, okay? Also, flexi ist übrigens das neue, sexy bei Hardware, wenn man Sachen zeigt. Flexi. Ähm, und zwar ist das mein Mischpult, quasi. Ja. Also, alle Kanäle, die hier quasi auftauchen und unten farblich und beschriftet sind, sind, äh, äh, die sind, quasi belegt. In use, ja. Das heißt also, äh, entspannlich, das heißt also, dass hier zum Beispiel nur zwei nicht benutzt werden, ja? und, äh, ich hab das alles irgendwann mal in wichtige Gruppen eingeteilt. Also, egal an welchem Setup ich bin, wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte zum Beispiel die 1 nehmen, Not Assigned, ach so, ich hab die, äh, warte, 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 wir wollen die Global haben. Sehr gut. Genau. So, und jetzt sind halt auf dem Mischpult im internen Speicher sind halt Gruppen da. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dran sitze, also hier an diesem Computer, dann hab ich nur diese Sachen. Das heißt, ich hab mein, äh, mein Gaming-PC und wenn jetzt zum Beispiel Jim redet Discord noch an, dann hab ich mein MacBook, wo halt quasi meine Musik läuft, mein Streaming-PC, wo die Alerts drauf sind, hier ist mein Mikrofon, was ich jeweils immer, äh, einzeln noch steuern kann, äh, meine Alexa ist noch drauf und mein Ryzen-Tosh. Also, eigentlich unwichtige, also hinten raus wird's dann unwichtiger. Wenn ich jetzt beispielsweise mich da hinten hinsetze, dann hab ich Gruppe 3. Äh, Gruppe 3 ist, äh, hier zum Beispiel der, äh, der Racing-PC, der über USB angeschlossen ist und alle anderen Sachen sind auch noch mit dazu. So. Und das Fanzige an der ganzen Sache ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal hier unten guckt, bei MiG2 Gaming oder, äh, Endurance, ist MiG2 Gaming, äh, wenn wir hier mal reingucken, das ist der Auxent, von dem ich gerade gesprochen habe, hab ich hier oben diese, äh, dieses Kabel, was physisch an dem, äh, an dem Mischpult dran ist und kann das alles wegschicken. Also ich kann sowohl dieses Mikrofon als auch dieses Mikrofon da hinten in allen Discords benutzen. In dieser Wohnung. In allen. Weil die alle zentral hier dran gespeichert sind. Das heißt also, äh, ihr seht das ja auch gerade, das Racing-Rick da hinten, Moment. Moment. Das hat Ausschlag. Das heißt, das würde jetzt theoretisch, wenn da drüben einer jetzt sich hinsetzen würde, könnte der auch mit Alex sprechen. So. Mhm. Und das ist halt das, äh, das Coole an der, äh, an dieser Planung oder an diesem Gerät, was für mich super wichtig ist, dass ich alles irgendwo hinschicken kann. Und jetzt, jetzt kommt der ganz große, äh, der, der ganz große Brain-Fuck. Mein Streamer-PC hat zwei Eingänge. Einmal den Main rein, ne, drei sogar. Äh, ne, zwei. Einmal den Main, also wo, alles das, was du jetzt quasi im Stream bei mir hörst, das geht da hin. Und dann habe ich das aber irgendwann nochmal so gebaut, weswegen ich dieses Mischpult so unfassbar liebe, habe ich mir einen Stereo-Kanal zusammengebaut aus zwei Auxent, also nicht nur ein Mono wie beim Mikrofon, sondern aus zweien habe ich mir ein Stereo gebaut. Und da kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel Renn fahre am Wochenende, für meinen Stream das so machen, dass das hier quasi auf ist, also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, Discord ist nicht gemutet, sondern an. Das heißt, Discord kommt separiert vom Hauptsignal an meinen Streaming-PC und im Stream können alle Leute das Discord zum Beispiel hören. Mhm, ja. Das hattest du letztes Mal schon erzählt, ja. Genau. Wenn ich das jetzt aber so mache und ich setze mich beispielsweise hier hin, kann ich das muten, ich höre es nicht mehr, also da drüben in meinen Kopfhörern, aber der Stream kann es noch hören. So, und an der Stelle ist halt ein bisschen Planung von Nöten, weil wenn wir jetzt beispielsweise mal in den Edit reingehen und wir würden uns zum Beispiel mal die wir würden uns das hier mal angucken, das ist jetzt die quasi interne Belegung aller Kanäle, dann kann man zum Beispiel über USB, was ihr hier seht, oben jetzt, kann man da drüben oder generell über USB kann man sich noch mal noch mal 32 Kanäle rein und raus dazu holen. So. Und damit man da irgendwann durchsieht, muss man sich halt wie hier, also wie ihr gerade seht, 27, 28, also auf dem Schieberegler 27 und 28 ist die Lane drauf von Teamspeak da drüben. Auf 29, 30 befindet sich dann das Teamspeak drauf. Und so wuselt man sich da durch, aber du hast nachher am Ende, also wenn du fertig bist mit dem ganzen Produkt, kannst du wirklich an jedem Platz, an dem du sitzt, einen Knopf drücken, also da hinten zum Beispiel ist es ein, da hinten ist es zum Beispiel ein Stream Deck? Ne, kein Stream Deck, sondern ein Tablet und dieses Tablet hat einfach nur diese Funktionen da drauf. Mehr ist da nicht. Wenn ich jetzt in eine Küche das aufmache und mich da rübersetze, in eine Küche, habe ich nur die relevanten Funktionen für die Küche da drauf. Aber alles funktioniert simultan. Das heißt, ich könnte jetzt in der Küche, von der Küche aus mit Alex sprechen, der hier sitzt. Oder mit mir, der hier sitzt. Von da drüben. Das ist schon geil, ja. Was aber noch viel geiler ist, ich habe mit dem bespult und deswegen, also entschuldigt bitte, mich erfreut sowas, ja, also mich macht das wirklich glücklich. Ich habe letzte Woche Sonntag, nee, vorletzte Woche Sonntag von meinem Gaming-PC als auch von meinem Streaming-PC gleichzeitig gestreamt. Also ich habe einmal, habe ich zu Stay gestreamt und einmal habe ich mein Stream gestreamt. Und ich habe simultan es hinbekommen und da habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich kurz ein bisschen gefabt, weil es ein bisschen geil war, habe ich simultan beide Streams rausschicken können, ohne dass der eine von dem anderen was wusste. Und das war ein bisschen geil. Das war ein bisschen geil. Und das ist auch nicht komplex. Also am Anfang wird es wahrscheinlich so ein bisschen, oh, das ist aber, das ist aber crazy. Aber am Ende ist es wirklich ein Kabel dahin, ein Kabel dahin, okay, was soll auf dieses Kabel rauf und was soll auf dieses Kabel rauf und dann ist es fertig. Und deswegen feiere ich zum Beispiel, würde ich mir nie etwas anderes kaufen. also kein, äh, kein, äh, wie heißt der, kein Helikon, also kein GoXLR kann, kann das hier. Es geht nicht. Zwischenfrage aus meinem Chat, ähm, geht das alles nur mit dem Soundcraft UI, äh, 24 oder auch schon mit dem 16? Ne, das 16 kann das noch nicht. Doch, 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 das 16 kann das auch, äh, das 24 ist halt, äh, die USB-Variante. Also, äh, das, doch, das 16er hat auch schon Oberfläche, die müsste auch nicht ausgedünnt sein, äh, da sind weniger Ports dran, äh, da sind weniger Ports dran und das Große hat mehr Ports und, äh, den, die USB-Möglichkeit. Also, okay. Es ist halt einfach, zeige ich euch so, wie es ist, wenn ihr so ein bisschen audioaffin seid, ich habe bei mir übrigens mal ausgemacht, äh, Jim, also wieder auf normal gestellt, also, wenn man ein bisschen audioaffin ist und da ein bisschen Bock drauf hat, also, das, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es findet auch im heimischen Gebrauch eine Anwendung. Ich, äh, lese mal aus meinem Chat vor, das UI 16 hat kein Ducking, das hat nur das 24R und das UI 16 hat auch USB. Ich bin bei den ganzen Sachen raus, ich lese nur vor. Äh, USB, 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 die Frage ist, ob das USB, Touch USB, Touchscreen USB ist oder auch USB via, äh, via Dings. Also, die Anschlüsse daran, das ist ein kleiner Unterschied. Warte, ich gucke selber nach. Das ist ein kleiner Unterschied an der Stelle. Ähm, erzähl ruhig weiter. Also, du jetzt dann. Ja, klar. Also, ich finde diese digitalen Mischpulte grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ich habe mir deine Lösungen und auch so vergleichbare Produkte natürlich mal angeschaut und ich finde das auch sehr funky und fancy, aber das ist mir eine Nummer zu groß. Also, ich habe nicht so diese Anwendung dafür, zumindest sehe ich diese Anwendung für mich noch nicht. Vielleicht komme ich im Jahr dahin und denke mir so, wow, der Nils hatte voll recht, schau mal hier, das ist ja total crazy und damit kann ich alles, was ich mache, machen. Ähm, aber solange, solange ich hier in meinem Umfeld zwei Plätze habe, äh, sehe ich das bei mir noch so gar nicht. Das Einzige, was ich vielleicht demnächst machen werde, ist, dass ich, ähm, mit beiden, vielleicht mit beiden Mikros über das, das, den, 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 das Dingens hier gehe, über meinen Mischpult gehe und, ähm, die dann beide über meinen Kopfhörer monitoren kann. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Äh, bin ich noch nicht so ganz safe in welche Richtung das so geht. Äh, kurzer Einwurf, das 16 hat es nicht. Also 16 hat nicht die Möglichkeit, äh, äh, digital, äh, also quasi über USB Ein- und Ausgänge zu liefern. Es hat USB-Ports, ja, aber diese USB-Ports haben nicht die Funktion, wie, äh, ich muss kurz gucken, wie das heißt, äh, ich nenne es immer gerne spdss, aber es ist, äh, USB-I-F und das, äh, hat das 16er nicht. Das hat erst das 24er. Schon geil. Schon sehr geil. Schon wirklich sehr geil. Und Audio-Ducking muss man Fan sein. Ducking ist cool. Also, Audio-Ducking, by the way, um das den Leuten zu erklären, Audio-Ducking bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise Musik an hätte und ich würde anfangen zu reden, würde die Musik im Hintergrund leiser werden und runterfaden. Instant. Instant. Also, kann man einstellen, ob Instant, also die Attack-Zeit und so, kann man alles machen. Äh, oder, äh, also, egal was, wenn jetzt Jim auch redet, würde alles leiser werden. Das nennt sich Audio-Ducking. Ich find's nicht geil, ich find's ein bisschen nervig so, aber, das... Also, man kennt das vielleicht aus dem Radio oder von irgendwelchen DJs oder sowas, wenn die reden, dass die Musik im Hintergrund einfach nur leiser weiterläuft und entweder hast du dann gerade bei einem DJ, dass die den Fader kurz runterziehen und dann wieder hochballern oder halt eben, ich weiß, dass Igal früher auch so ein großer Fan von so einem Mischpult hatte, das genau diese Funktion hatte, ähm, ne, äh, aber wie du schon sagst, da muss man echt Freund von sein. Gerade beim Streamen ist das so eine Sache, wenn du dir deine, deine Sound-Sachen alle einmal eingestellt hast, dann willst du ja nicht, dass das Gameplay zum Beispiel ultra laut ist die ganze Zeit und nur wenn du redest, wird's leiser. Das, das, weiß ich nicht, also, das ist, sehe ich jetzt auch nicht so den, so die Anwendung dafür. Bei Musik könnte man sich jetzt wieder streiten, ne, wenn man schöne Musik hätte, die man laufen lassen wollen würde und, ähm, das würde das Gameplay nicht stören, weil man vielleicht ein Aufbauspiel oder sowas spielt und nur wenn man redet, dann wird die Musik ein bisschen leiser. Aber, ne, der eine findet's gut, der andere findet's nicht gut. Ähm, man kann das auch mit Plugins bei OBS zusammenschrauben, also da gibt's auch ein paar Anleitungen dafür, wie man das machen kann. Das läuft dann, glaube ich, über einen Kompressor, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, also da, wenn man das jetzt nur für seinen einzelnen PC mal ausprobieren wollen würde, ne, solche Anleitung findet man sofort bei YouTube. Ähm, ich hab das einmal kurz ausprobiert, eine Testaufnahme gemacht und hab gesagt so, nee, das ist es nicht bei mir. Das, das würde sich, das hört sich dann manchmal so ein bisschen an, wenn man auf den Gamesound das Ganze anwendet, als ob das, das Spiel ab und zu mal lauter und leiser wird und das hört sich ein bisschen komisch an. Ja. Für mich, in meinen Ohren. Und genau deshalb würde ich das bei mir nicht benutzen. Aber es gibt ein paar Beispiele von Leuten, die das halt nehmen und, oder nutzen und da ist es dann halt cool. Ja, ja. Aber da wird's halt auch Ausnahmen geben. Das hat lange gedauert mit Planung, also das, was ihr gerade gesehen habt. Also bis ich das wirklich vollumfänglich, und ich hab das Mischpult immer noch nicht vollumfänglich verstanden, äh, das hat noch weiter gedauert. Und auch die Verkabelung dazu. Also ich hab dazu ja, ja? Ich hab immer noch das Yamaha MG 12XU, also auch eine USB-Variante, um es an PC anzuschließen. Das schwarze, ne? Ja, ein großes schwarzes, genau. Und ich hatte auch mal in der Hochzeit, ich sag jetzt mal, fünf Stereokanäle in Benutzung, ja, aber brauch ich nicht mehr. Also ich lass ja auch, haben wir schon drüber gesprochen, ich lass zum Beispiel ja auch nicht extra noch eine Hardware laufen, über die dann Musik gespielt wird, Das könnte man über ein Tablet machen, über ein Handy, über ein Notebook oder was auch immer. Ich lass das halt einfach ganz normal auf dem Stream-PC und dann in Zukunft wieder laufen als beispielsweise Spotify-Client und dann ist gut. Ne? Und den muss ich auch nicht nochmal extra pegeln. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil es dann von Streamriders für das Stream Deck eine Funktion gibt, mit der man auch die Lautstärke vom Stream Deck von Spotify einstellen kann. Also, das ist so schön. Ich hab grundsätzlich zwei Lautstärken für Musik. Einmal die laute Musik, dass ich ungefähr genauso, also dass es ein bisschen leiser ist als meine Stimme, aber immer noch zu laut, um es permanent zu hören. Und eben die leise Hintergrund-Doodle-Musik. So, und zwischen den beiden switch ich immer nur hin und her. Und natürlich Pause und Play. So, und das lass ich über Streamlack laufen, das reicht für mich vollkommen aus. Also, da seh ich auch keinen, ja? Das gab's früher halt nicht. Ja, eben, das gab's halt nicht. Und Spotify hat sich auch dagegen gewehrt, da so eine API offen zu machen oder überhaupt da einzugreifen. Wie auch immer das jetzt da läuft, ist mir auch scheißegal. Du kannst Spotify natürlich steuern, mit Tastaturbefehlen, wenn die Software aktiviert ist, also wenn man sie angeklickt hat. Wenn sie sozusagen der aktive Part sozusagen ist. Und da hatte ich früher gar keinen Bock drauf. Das hat mich alles so unfassbar genervt. Ja, geht mir ganz genauso. Ich hab halt einfach ein scheiß Tablet genommen, hab da einen Stecker rangesteckt und fertig. Zwischendurch, also zwischendurch hatte ich auch mal einen Bluetooth-Dongrel und hab einfach mein Handy genommen und hab das dann gemacht quasi. Aber da hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil wenn ich kacken gegangen bin, hab ich manchmal immer so das Gefühl gehabt, na nicht, dass du dir jetzt mal irgendwas von deinem Handy überträgst, weißt du? Und ich hab ja, also man lernt ja auch nicht aus, also es ist ja auch immer so ein Prozess. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie es dir früher gegangen ist, man hat ja dann auch auf seinem Gaming-PC private Dinge gemacht. Und ich hab schon mal aus Versehen eine Telefonnummer geleakt. Also ist mir schon mal passiert, dass ich mal so WhatsApp aufgemacht habe und genau an dem Punkt hab ich gelernt, wie man in ungefähr 15 Sekunden A einen Watt löscht. Heute gibt's bei mir keinen mehr, aber wie man in 50 Sekunden einen Watt löscht und hab alles von meinen Computern runtergemacht. Alles. Also bei mir ist es wirklich so, das Ding ist halt schön, dass du mir Google gezeigt hast an der Stelle. Das ist ja richtiger Pissverein, sag ich jetzt einfach mal so, dass das da zu sehen ist. Aber ich hab alles weggemacht. Also ich hab auch, also hast du so viel Panik, irgendwas auch nur ansatzweise aufzumachen, wo du eingeloggt bist, dass man sich einen Browser besorgt hat, wo nix drauf ist und alles vom Computer runter. Und das war halt so dieses ganze logistische Ding. Also, jetzt werdet ihr lachen, aber wie bestellst du dir im Stream eine Pizza? Ey Leute, ohne Scheiß, es gibt so viele Menschen, die machen dann Vollbild an und machen auf dem Rechner, den man theoretisch sehen kann, machen die das. Maga, du weißt gar nicht. Also wirklich, es gibt Zeiten, da machen sich Menschen super wilde Tastenkombinationen, um ihre Szene umzustellen. Und manchmal ist es auch so, dass warum auch immer, manche Programmer auf irgendwelche weirden, also wirklich irgendwelche weirden Tastenkombinationen irgendwas machen und irgendwas empfangen und dann stehst du auf einmal da, bumm, alles eingetragen. Hallo! Hab ich sofort runtergemacht vom Computer, war ich nur noch auf dem MacBook und auf dem Smartphone bestelle ich mir gar nichts, weil da kriege ich ja die Krise bei. Ja gut, das kommt ein bisschen auf die Apps an, wie man da was macht, aber ich weiß, was du meinst grundsätzlich. Ich habe das Problem nicht, ich kann hier nichts gescheit bestellen, also es gibt zwei, drei Läden oder ein, zwei Läden, bei denen man was bestellen könnte. Einer davon liefert nicht und der andere, der liefern würde oder die anderen, die liefern würden, die sind ekelhaft, der bestellt man sowieso nichts. Ganz einfach. Das sind halt alles so Dinge, die werden vorher gar nicht, also Menschen denken da halt gar nicht dran. Das ist halt auch so ein Planungsprozess. Was sehen Menschen beispielsweise? Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wenn ich eingeloggt wäre, dass Google dich eigentlich komplett hops nimmt, indem sie unten reinschreiben, wo du wohnst. Das ist ja auch keine öffentliche, also Google gibt dir das Suchergebnis ja für dich aus. Du überträgst das im Stream. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Google diese Information abgreift. Theoretisch müsstest du einem Browser ja auch verbieten können, dass deine Standortinformation in irgendeiner Art und Weise geteilt wird. Danke an alle. Ich weiß nicht, ob man das bei Google rausschmeißen kann. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Ich bin weg. Dizimo, Dizima. Ja. Also hier zum Beispiel bei dem Browser ist es aus. Also, ja. ist halt wirklich, also wirklich, was schon alles passiert ist im Internet, kann sich kein Mensch vorstellen. Und du wirst halt nicht irgendwie, dass du Paranoia bist oder so, aber du fängst halt wirklich an, also ich habe damit angefangen, wirklich so safe, wie es nur geht, jeden Computer zu machen. Alle E-Mail-Programme runter, kein Banking drauf, kein PayPal drauf, alles weg, alles runter. Weiß ich genau, ich weiß genau, was du meinst. Also Streamer haben sich schon selber und auch Menschen aus ihrer Bubble oder im Bekanntenkreis schon geleakt. Das fängt mit so simplen Sachen an wie, hey, guck mal, cool, was ich hier gerade auf meinem Handy habe, ich zeige euch, dass wir eben halten das Handy in die Cam und dann kommt eine Nachricht rein, wo dann genau so irgendwelche privaten Sachen drinstehen oder sowas. Und das geht weiter mit, du hast irgendwie, keine Ahnung, gerade noch eine Bestellung offen und dann steht da eine Bestellbestätigung mit Lieferanschrift und so weiter auf. Das ist dann im Hintergrund so und dann bist du gerade mit einem Stream, ja, lass mal anfangen zu zocken, ich mach mal mein Dashboard von Twitch halt irgendwie zu und dann kommt die Bestellung nach vorne und denkst dir so, ah, fuck. Ein anderer Streamer ist vor ein, zwei Jahren mal umgezogen, auch ein größerer deutschsprachiger Streamer, gerade frisch umgezogen und hat direkt erstmal innerhalb der ersten Woche in der neuen Wohnung seine Adresse gelegt. Das musst du halt auch erstmal schaffen. Passiert leider sehr, sehr schnell. Ja. Und das bedarf, meine Damen und Herren, so witzig wie das klingt, eine Menge Planung. Oh ja. Damit das nicht passiert. Und da sind so viele Kleinigkeiten, Autofill, lauter so eine Scheiße. Ey, du kannst selbst, selbst ohne Scheiß, wenn Menschen, das machen Menschen auch, wenn Menschen auf ihrem Desktop irgendwelche Rechnungen speichern. Oh, als PDF und dann denken sie nicht daran. Ohne Scheiß, ich hab auf meinem Gaming-Rechner nur noch Gaming-Zeug. Da ist nichts mehr drauf. Streaming-Rechner, nur noch Streaming-Zeug. Racing-Rechner, alles dasselbe. Alles runtergemacht. Alles weg. Ja, aber fairerweise muss man sagen, die meisten Streamer machen das, selbst wenn sie es schon Full-Time machen, haben halt nur einen PC. How do you do it? Ja, natürlich kannst du dann anfangen. Ja, kauf dir einen Laptop. Natürlich kannst du dann anfangen, beispielsweise mit verschiedenen Profilen zu sagen. Das eine ist das Gaming-Profil und das andere sein Privates. Und da wird nichts geteilt, nichts geshared. Jeder muss seine eigene Software installieren. So als wenn man an einem geteilten Computer arbeitet, also mit dem man sich mit Menschen außerhalb des teilt. Das geht schon. Aber das ist halt alles eine Menge Aufwand und viele machen das nicht. Und dann schwingt da so ein bisschen so dieses Unwissenheit-Selbstschuld-Ding mit rum. Also ich musste das auch lernen. Ich hab auch gedacht, nee, das passiert mir nicht. Mir passiert das niemals. Keine Sorge. Niemals. Also mittlerweile passiert mir das wirklich nicht mehr. Man könnte zum Beispiel, wenn du lokal OBS benutzt, also mit lokal meine ich nicht auf dem Stream-PC, sondern auf demselben PC, mit dem du auch spielst. Du könntest zum Beispiel in keiner Szene einen Bildschirmabgriff machen. Und du könntest sagen, du benutzt nur einen Browser, in dem du nicht eingeloggt bist, in dem alles geblockiert wird und so weiter. Und nur dieser Browser wird quasi als Browser-Fenster abgegriffen, also als Software. Dann hast du ein klein bisschen mehr Sicherheit sozusagen mit dabei. Google wird sich da nicht dran halten, wenn du eine Suchabfrage machst, aber das muss man halt auch wissen, so die Ecke. Und so habe ich das auch eine Zeit lang mal ausprobiert. Ich habe auch mal versucht, das Ganze beim Projector-Modus weiterzuleiten und auf dem lokalen PC habe ich dann quasi OBS halt genauso zugewiesen, dass nur Firefox abgegriffen werden soll und da ist nichts Privates drin. Keine Autofills, kein gar nichts. Aber ja, sobald du eine Capture-Karte benutzt und greifst das komplette HDMI-Signal ab, interessiert das nicht. Alles, was drauf ist, ist halt drauf. Ja, schon hart. Mhm. Das ist witzig. Und das hat echt lange gedauert. Also das hat wirklich... Und es passiert heute immer noch. Also, ich habe, glaube ich, meinen Namen schon, meinen richtigen Namen schon 300 Mal, glaube ich, geleakt oder so. Mindestens. Also mittlerweile habe ich das... Geht das jetzt so, aber naja, uff. Ja. Ja, da muss man auf jeden Fall viel, viel Gedanken schonmals investieren, bis man da eine Lösung für sich gefunden hat. Weil ich kann das auch nachvollziehen, wenn du anfängst zu streamen oder du hast so deinen ersten Hype oder du wirst ein bisschen größer oder sowas, da denkst du nicht drüber nach. Und dann hast du auf einmal noch irgendwie unten unter deinem Stream noch Sachen, Profile verlinkt, wo noch private Informationen drinstehen. Du musst nicht lange suchen, dann findest du irgendwelche T-Online-E-Mail-Adressen von Streamern, die selber verlinkt sind. Ja, hier Business, meine Business-Mail-Adresse und da denkt man halt nicht drüber nach, dass da vielleicht Teile oder der gesamte Nachname mit drinsteht und so. Gott, also da habe ich schon alles gesehen. Da habe ich schon alles gesehen. Schwierig. Ja, und dann gibt es natürlich die Kategorie Sachen, die man auch absichtlich zeigen will. Also ich kriege halt immer so die Krise, wenn ich dann so Live-Banking oder Live-Brokerish irgendwie so sehe, wenn man dann so, wenn man so auf Krypto-Dingern unterwegs ist und das dann auch noch streamt, was man so macht und so. Ich meine, klar, das ist spannend zum Zugucken, wenn man in dem Thema so drin ist, aber ich hätte auch da viel zu viel Panik und ich verstehe, dass wenn du bei einer Kryptoböse angemeldet bist, läuft alles mit zwei Faktor-Identifizierung und da kann keiner so eben in deinen Account rein, aber ich hätte schon ein schlechtes Gefühl dabei, nur dass jemand weiß, dass ich bei diesem Anbieter einen Account habe oder vielleicht sogar mit welchem Account-Namen oder so, was ich drin bin. Also Menschen sind echt scheißkreativ und wenn die wissen, dass eine Plattform eine Schwachstelle hat und kennen deinen Handel, deinen Nick, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bist du angegriffen wirst, in Anführungszeichen. Habe ich keinen Bock drauf. Wirklich nicht. Das muss wirklich sein. Das ist ein unnötiges Risiko. Das stimmt schon. Oh. Ich kriege Post von Korsia. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich lasse mich überraschen. Ähm, ja. Oder was auch sehr lange bei mir gedauert hat, ist Tastatur und Maus, damit ich nicht zwei Tastaturen und Mäuse habe und damit ich trotzdem alles benutzen kann und Kartenlesegerät an zwei Computern. Richtig easy snack. Machst hier unten drunter, machst hier einen USB-Switch, steckst das Kartenlesegerät dran, hast du an beiden Kartenlesegerät. Musst nicht zweimal kaufen, musst nicht umstecken, pappst du mit Klebeband unten ran und fertig ist der Lachs. Tada. Aber bis du darauf kommst, oh Gott, bist du auf... Wie war das? Ja? Nee, erzähl ruhig. Bist du auf so einen Quatsch kommst, oder wenn du, bei mir ist ja so, ich habe ja auf meinem Studio-PC auch einen Hackentosh dran. Das ist, okay, pass auf, Chat. Jetzt geht's los. Ich habe ja in der Mitte einen Bildschirm, okay? Und dieser Bildschirm ist ja eigentlich mein Streaming, ist ja von meinem Gaming-Rechner und oben drüber ist auch noch einer. Aber ich brauche diesen Bildschirm auch in der Mitte für meinen Streaming-PC. Das heißt also, der frisst beide Kabel. Und normalerweise brauche ich an meinem Streaming-PC eigentlich gar keine, also brauche ich eigentlich keine Maus und keine Tastatur, weil ich das von meinem Gaming-PC machen kann. Also via Netzwerk. Aber es gibt gewisse Fälle, wo du mit der Tastatur und der Maus auf den Rechner musst. Also bei mir ist es A, Hackentosh, weil da mein Hackentosh auf dem Streaming-Rechner drauf ist, um damit zu arbeiten, was eigentlich mittlerweile voll blöd ist, weil der schlechter ist als mein Gaming-Rechner. Und da habe ich mir unten drunter so einen Switch angebaut. Und ich habe ewig danach gesucht. Also wirklich, wenn einer die Amazon-Suche durchgespielt hat, dann bin ich das. Ich habe die durchgespielt. Ich habe die wirklich, wirklich durchgespielt. Kannst du dich noch an deine Halterung erinnern von der Decke, wo deine Softboxen dran waren? Aber selbstverständlich. Bagger, die habe ich drei Stunden bei Amazon gesucht. Drei. Ich habe sie gesucht wie ein Irrer. Alter, ich habe die nicht gefunden. Also so, das ist bei mir am Anfang, also am Anfang dauert das halt ewig und drei Tage, Sachen zu suchen. Also auch dieser Switch, also ich habe hier quasi unten drunter einen USB-Switch und der switcht quasi meine Maus und meine Tastatur auf den anderen Rechner. Und das hat ewig und drei Tage dauert. Also da geht halt, ein USB-Kabel geht an meinen Stream-PC und ein USB-Kabel an meinen Gaming-PC. Und da ist meine Tastatur und meine Maus dran angeschlossen. Was? Okay. Und ne... Das gibt keine Probleme mit Delay oder whatever? Bagger, wir sind nicht mehr in 1900 irgendwas. USB 3 ist... Also, come on. Please. Wer dir so einen Scheiß erzählt, heißt Shroud und hat Reaktionen, die sind schneller als Gott höchstpersönlich von oben bis sie nach hier unten kommen. Okay, Frage zu dem USB-Switch. Ja. Wenn der USB-Switch an beiden Computern gleichzeitig angeschlossen ist, das heißt, der kriegt permanent Power und das Gerät ist permanent da. Ja. Das heißt also, es findet nicht so dieses, oh, ich habe ein neues Gerät gefunden, eine Tastatur, ich rüchte sie ein, eine Maus, ich rüchte sie ein, du kannst beide Geräte benutzen. Das findet nicht statt. Ne, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommt einmal dit, 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 din. Also, mein Chat hat es jetzt gehört und dann ist alles da. Jetzt mache ich wieder zurück. Okay, der wird jetzt leider nicht, ah doch, jetzt auch, dit, dit. Also, das kommt einmal ganz kurz für, weiß ich nicht, Sekunde und dann läuft der Hase. Okay. Also, von der Lösung wäre ich jetzt noch nicht so überzeugt. Weil, wo du gerade sagst, Maus und Tastatur, ne? Ja, wenn du dann auf einmal zwei PCs irgendwo stehen hast, also dein Stream-PC und dein Game-PC und dann ist die logische Konsequenz, dass du am Anfang natürlich zwei Tastaturen und zwei Mäuse hast, die man natürlich auf einem großen Schreibtisch problemlos unterbringen kann in der Regel, ne? Oder viele, viele Streamer haben dann die Tastaturen übereinander und haben zwei Mäuse, die rumfliegen oder haben eine Wireless-Maus hier, ne, dass die unabhängig ist und so. Das geht alles. Das funktioniert super. Und dann kommst du irgendwann auf den Trichter, hm, ich möchte aber nur noch eine Maus und Tastatur benutzen, weil am Stream-PC brauche ich das nicht. Am Anfang einmal einrichten, Knöpfchen drücken, den Rest machst du mit dem Stream-Lag oder mit einem Nomen-Block oder was auch immer habe ich jahrelang gemacht, so, ne? Alles cool. Dann kommt man auf so komische Ideen wie, hm, so ein KVM-Switch, wie man den in so einem Rechenzentrum benutzt, das müsste doch eigentlich auch gehen. Funktioniert auch. Also eigentlich, also, ja, aber es ist nicht so praktikabel. Dann kommst du auf so Software wie Synergy, ne, dass du halt mit einer Maustastatur mehrere Computer benutzen kannst oder Mouse-Without-Borders, ne, aus der Microsoft Garage. Macht im Prinzip auch im Prinzip genau das Gleiche. Funktioniert aber nicht plattformübergreifend, sondern nur auf Microsoft-PC, soweit ich weiß, ne? Ja. Alles total toll, außer du bist in einem Fullscreen-Game. Dann müsstest du ja erst raustabben, weil es sonst nicht gescheit funktioniert. Oder du kommst mit deiner, mit deinem Mauszeiger manchmal in manchen Spielen, also die, das Problem besteht da, wenn ein, wenn eine, wenn ein Computer, ein, ein Softwarehersteller, ein Spielehersteller zu, in Anführungszeichen anscheinend zu faul ist, einen eigenen Mauszeiger zu programmieren, sondern nimmt einfach die, den von Windows. Und wenn du dann zum Beispiel, ich erinnere mich da an H&Z1, wenn du da auf Tab drückst und möchtest kurz in deinem Inventory was hin und her schieben oder sowas, dann kannst du mit diesem Mauszeiger aber auch außerhalb deines Spielbereichs gehen und dann bist du auf Windows und wenn du da dann versehentlich klickst, dann schließt sich natürlich dein Fullscreen-Spiel. Gott, hab ich gekotzt. Und genau das Gleiche passiert halt auch mit Synergy oder halt mit den anderen Dingern. Wenn, wenn die der Meinung sind, du bist jetzt auf einem anderen Bildschirm oder respektive Computer, dann steuerst du halt den. Das mag für manche Spieler und für manche Spiele funktionieren, für mich hat es nicht funktioniert. Hier kommt die Lösung. Warte. Nee, ist zu kurz. Warte. Hab gleich. Ist das noch... Eine Maus und die zweite Maus. Nämlich genau für solche Anwendungen hat man seine zweite Maus auf dem Tisch liegen. Nicht, weil man die unbedingt braucht, sondern falls ein Game, wenn man rausgeht und das mit Synergy nicht funktioniert, dass man nicht ständig raustappen muss und diese Scheiße hat. Und nur dafür liegt hier eine Maus, by the way. Nur dafür. Also ich hab das dann später mit einem Mouse Wizard Borders gemacht, weil ich halt eben nicht diese... Also ich hab auch eine Lizenz für Synergy, by the way, aber ich hab das dann später mit Mouse Wizard Borders gemacht und da kannst du dann halt auch einstellen, kannst du mit Synergy wahrscheinlich auch, dass solche Sachen eben nicht passieren. Also dass du halt nur mit einem Hotkey switchen kannst und nicht mit du verlässt den Bereich und wo ist der Screen und so eine Scheiße. Und das hat für mich auch ganz gut funktioniert, aber eben nicht, um den Stream-PC zu steuern. So, also ich bin dann doch eher ein Freund beim Stream-PC, dass ich dann demnächst hier wieder noch eine zweite Wireless-Maus habe, die muss nicht per Kabel angeschlossen sein und die muss auch gar nicht hier so richtig super griffbereit liegen, weil wenn der Stream läuft, ich muss fast nichts ändern, anklicken, was auch immer. Tastatur wird wahrscheinlich auch Wireless sein und die wird dann entweder unter den Tisch mit so einer Schublade oder ich weiß es noch nicht, hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Super simpel auf jeden Fall. Ich liebe sie. Weil die brauchst du ja nicht. Ich hab das nur dafür da liegen, diese Maus. Die hat sonst keine Funktion. Aber manchmal stelle ich fest, weil es zweimal die gleiche ist, manchmal preferiere ich auch einfach die andere und muss dann nicht drüber gehen. Übrigens mal ein Tipp für dich, falls du Dings spielen solltest, falls du das Synergy noch irgendwann mal benutzt, wenn du die Roll-Taste drückst, also R-O-L, schließt du dein Bildschirm ab. Das heißt, du kannst ihn nicht verlassen. Das heißt, dir kann das, was du gerade gesagt hast, nicht passieren. Also, roll it is, dann kommst du nämlich an deiner, an deiner Seite nicht raus. Cool, cool. Ja. Dann macht er da Feierabend. Aber das ist, also, ja, die längste Planung hat jetzt gedauert acht Jahre. Alles. Alles hat acht Jahre gedauert. Das ist halt so. Also, wenn ich jetzt, mal jetzt als Vergleich, ich habe, ich habe Jen geholfen, also Jen Jan, ihr Zeug da zu bauen. Und dann hat sie gesagt, was sie haben möchte. Und, ähm, dann hat sie gesagt, sie möchte gerne Streaming-PC und sie hat den GoXLR. So, und dann hast du, äh, äh, und dann guckst du dir halt die Anschlüsse an und du weißt ja mittlerweile, was du dann damit machen kannst. so. Und, äh, so, glaube ich, ist das gar nicht mehr irgendwann so ein großes Problem, was man lange planen. Außer, man macht das jetzt so wie du, dass man sich viel, äh, äh, viele, äh, ja, sag ich mal, viele Produkte-Reviews ansieht oder so. Aber ansonsten, glaube ich, weiß man so großteils eigentlich alles. Ja, du, ganz ehrlich, bei solchen Sachen, die man schon tausendmal benutzt hat oder auch bei, ähm, vergleichbaren Produkten so, ne, also ob du jetzt zum Beispiel A oder B hast, wenn es diese Funktion hat, muss man es ja ähnlich einstellen können. Da gucke ich auch nicht großartig nach, ne, aber, ähm, wenn du dir zum Beispiel, wenn dich für ein neues Mikrofon oder sowas interessierst, so, da gibt es schon zwei, drei Channel, denen ich sehr hohen, hohes Vertrauen entgegenbringen würde, um, ne, also mich da zu informieren und zu gucken, taugt dieses Mikro was für mich oder taugt es halt irgendwie nicht als Beispiel. So, so, so gehe ich dann schon ganz gerne vor, ne, also bei Produkten, mit denen ich, wo ich nicht zu Hause bin. Das funktioniert für mich ganz gut. Da habe ich bisher auch selten auf die Klappe gefallen, muss ich sagen. Das Ding ist halt bei mir, ich bin sehr schnell in der Superlative und ich habe einfach die Superlative schon wieder überall erreicht, so. Und da ist, kommt nicht, ist, also selbst im Rig ist, was soll ich noch machen? Ich habe, also, ich könnte die Bremse wechseln, in die hydraulische. Okay. Die musst du dann aber einmal im halben Jahr warten, ne? Die Hydraulikbremse? Hm. Ja. Okay. Aber wie gesagt, das geht halt sehr schnell durch diesen, durch dieses Komfort-Ding und ich denke mal, man wird, wenn man mich ein bisschen länger kennt, weiß, wie wichtig mir Komfort ist, weil mich triggern solche Dinge halt einfach. Also, wenn jetzt eine Maus irgendwie, wenn der, wenn das Bild sich ständig schließt oder so, dann wäre ich wahnsinnig oder wenn irgendwas nicht vernünftig läuft, dann kotze mich das an, weil ich mag diesen Komfort halt. und das führt bei mir halt sehr schnell dazu, dass das von, naja, also, ein bisschen, also, das reicht ja eigentlich. Also, es ist ja okay. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Raspberry Pi um den extra da oben hinter dem Monitor. Nein, Chad, müssen wir nicht bis hin zu, ach komm, ficken, wir bauen das Ding da jetzt einfach an. Es ist einfach viel angenehmer. Wir haben dann nicht mehr den blöden Scheiß und gut ist. Und das geht bei mir sehr schnell. Also, ich könnte wirklich, ich sag so, wie es ist, ich könnte die eine Woche sagen, nee, jetzt stört es mich nicht und es passiert nur ein einziges Mal. Dann raste ich aus und dann wird sowieso gemacht. Also, ich weiß auch, dass die Kamera, die, die da hängt, wovon wir gesprochen haben, die große, die kommt hundertprozentig da weg. Die, die kommt da weg. Ich weiß, dass die da wegkommt. Ich, ich wehre mich dagegen, weil wir eine Therapiestunde jeden Mittwoch haben, ja, ich wehre mich vehement dagegen und ich habe auch eine Lösung gefunden, wie ich die relativ schnell abmachen kann, um sie, ich habe heute fotografiert, um damit fotografieren zu gehen, aber sie wird hundertprozentig da wegkommen. Die ist sogar, die ist schon im Warenkorb gespeichert in einem spezifischen Browser und jedes Mal, wenn ich diesen Browser öffne, ich weiß, dass ich die kaufe und ich weiß auch, dass die da wegkommen. Ich weiß es. Was kommt, was kommt als Ersatz dahin? Da kommt nur eine 6000 mit einem Sigma dran. Ja, Standard halt, ne? In dem Haus, in dem Haus hier schon, ja. Ja, was soll ich machen? Ist halt so. Aber sie würde wegkommen, so. Also ich kann, ich kann mich dagegen auch gar nicht mehr wehren, so. Ja, schön, schön beschrieben mit der Therapiestunde an meiner Woche. Therapieren uns da ein bisschen gegenseitig, ne? schön. Sehr, sehr schön. Also zum Hauptthema Planung habe ich eigentlich gar nicht mehr großartig was zu sagen, weil, weil, wenn du, also wie du schon gesagt hast, PCs, da ändert sich nicht viel bei. Was ändert sich bei einem PC? Nichts. Es gibt neuere Sachen, die schneller sind, stärker sind, bunter sind, whatever so, aber im Großen und Ganzen ändert sich nicht. Und soll ich dir was sagen? Ich, mich würde, ich habe kein Interesse an einem wassergekühlten PC, aber ich hätte so Bock, mal einen wassergekühlten PC zu bauen. Mit den Kupplungen, mit den Schläuchen und so weiter. Sich da vorher ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Hätte ich mega Bock drauf, bis zu dem, es funktioniert, es läuft, es kühlt die ganze Scheiße, ne? Da hätte ich mega Interesse dran. Von die Firma, die du vorhin erwähnt hast, da war ein Mitarbeiter bei mir im Channel und ich habe auch gesagt, du, ich habe gar kein Interesse an so einem wassergekühlten PC, aber falls ihr mal Bock habt, ich würde das schon ganz gerne mal zusammenbauen. Ich schicke euch den ganzen Kram und auch hier zurück, ist gar kein Problem. Ja, ich habe es einmal gemacht, das war sehr schön. Also es hat Spaß gemacht. Ich würde es auch gerne wieder tun. Für mich leider, für mich leider nicht so geil. Nicht praktikabel. Genau, nicht praktikabel, aber feier, also zusammenbauen ist geil, ja. Vor allem, ich stelle mir das dann auch super frustrierend vor, wenn du denkst, du hast dann alles gedacht, ja, und dann fehlt irgendwie, keine Ahnung, dir fehlen 20 Zentimeter Schlauch, ja, das alte Problem. Oder, oder du hast nicht an die richtigen Dichtungen gedacht oder du hast an eine 90 Grad Biegung gedacht, aber du musst vorher noch ein bisschen hoch, dann fehlt noch ein Extender oder, keine Ahnung, ich habe auch bei den, bei den, bei den typischen, wir bauen jetzt ein PC zusammen, YouTube-Channel, was da teilweise für, für Fittings und für, für kurze Umwege genommen werden, weil es halt in diesem speziellen Custom-Design halt nicht anders ging, so, ne, finde ich auch sehr, sehr geil. Da, also da, äh, triggert mich das dann sofort den, den, den Techniker in mir so, den Handwerker, den Bastler, der dann da gerne mit rumspielen würde, das so in, was hast du vorhin gesagt, erwachsenen Lego? Oder erwachsenen? Erwachsenen Lego, ja. Ja, so war es die Richtung, da hätte ich wirklich, wirklich Spaß dran. Ich habe aber auch gerade schon wieder so einen Spleen, Alex. Ich habe gerade schon wieder so einen richtigen Spleen in meinem Kopf. Also ich, ich würde gerne alle meine drei Computer im selben Gehäuse übereinander zwischen den beiden Setups hinbauen. Einfach so, weißt du, dass man, dass alle im selben Gehäuse sind und jeder hat so seine eigene Farbe und dann, äh, so quasi an der Wand, dass sie wie, also wie zum Beispiel in einem Rechenzentrum, dass sie schön sortiert die Kabel weggehen und dann aber auch alle Kabel ihre eigene Farbe haben und das halt so richtig schmackig aussieht. Okay, Frage. Reden wir da über 19 Zoll Technik? Ja. Okay, das macht die Sache ja schon viel einfacher. Viel einfacher. Nee, warum? Es ist genauso bescheuert, weil dann liegt es da drinne offen und das sind wieder so Problematiken. Der Witz an der Sache, ich würde es eigentlich gerne alle drei in ein Gehäuse bauen und, äh, quasi der eine geht, also der, der von da drüben wäre in der Mitte und dann würden die Kabel quasi so rausgehen, nach unten weg sodass die unten im Kabelkanal verschwinden und dann rüber und bei den anderen dann halt quasi einer geht sehr, sehr weit hier rüber und dann runter und der andere geht kurz und dann runter und das dann aber auch in der jeweiligen Farbe und so ist die Farbe in den Dingern drin. Und das Geile ist, wenn du dann die Kamera von hinten anmachst, kannst du das alles sehen und dann hättest du quasi, du würdest sozusagen das Herz dieses ganzen Dinges hier einfach vorm Bildschirm haben. Habe ich schon mal zusammengeklickert? Ja? Habe ich schon mal zusammengeklickert? Ja. Wir waren dann nur bei dem Umbau bei, äh, anderthalb tausend Euro. Ja. Habe ich verworfen? Habe ich verworfen aus folgenden Gründen? Ich persönlich finde es grob fahrlässig, einfach aus ästhetischen Gründen neue Kabel zu kaufen, weil das ist Ressourcenverschwendung und genau deswegen tue ich das nicht. Weil ich würde zu viele Ressourcen verschwenden, nur um Optik in meinem Büro zu haben. Vorhandene Kabel-Sleeven? Was? Vorhandene Kabel-Sleeven habe ich auch schon überlegt, aber es gibt nicht so gute Sleeves, die mir noch nicht gefallen haben. Okay. Was hältst du, also jetzt mal grundsätzliche Frage, es gibt ja ein paar Leute, die haben so ein Monster-Case, in das zwei Computer reingebaut sind. Was hältst du von sowas? Finde ich ziemlich geil, aber, äh, das Problem ist, dass du kein, ich glaube, es gab mal von Liam Lee ein, Liam Lee eins, aber du kannst keine zwei ATX-Formfaktoren einbauen. Boah, das weiß ich nicht. Da gab es nur mal ein einziges von Liam Lee. Es gibt eins von Corsair, das ist, ich glaube, 1000D und da passt nur ein Micro-ATX rein. Habe ich auch schon durchgespielt, das Ding? Natürlich. Bin ich auch schon durchgegangen, habe es auch theoretisch schon zum Laufen gekriegt, wäre aber problematisch geworden, weil der Streaming-PC so viele PCI-Karten gefressen hat, dass der CPU-Lüfter irgendwann so eng, äh, eng gewesen wäre, also selbst wenn du einen Flachen genommen hättest, das auf einem Gaming-PC mit höherer, äh, mit höherer CPU einfach nicht genug Last gewesen wäre, also du hättest nicht genug Kühlleistung haben. Das Game habe ich auch schon durchgespielt. Ich finde das von der, äh, technischen Seite vom Einbau, vom Handwerklichen, vom, du hast alles in einem Case, finde ich das witzig, aber ich möchte das niemals selber haben, weil dann bin ich wieder bei Positionen unpraktisch und nicht modular, dann bist du wieder alles in einem, in einer Bude und wenn du mal an einen dran musst, dann müsstest du theoretisch auch den zweiten wieder runterfahren, bah, 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 also die Idee oder die Umsetzung, dass man alles sozusagen aus einem Server-Rack betreibt und auch optisch schön aufbereitet und wie du schon sagst mit den Kabeln schön, ne, Kabelkanal hier und wegfüllen und so weiter, das finde ich, das hat schon was, das hat schon ein bisschen was so wie, keine Ahnung, Matrix-Kern so, ja, äh, gerade auch wenn man das dann schön noch zeigen kann, aber, ah, anderthalb Tausend nur für den Umbau, hab ich auch nicht gefühlt. Hab ich auch nicht gefühlt. Und Server-Rack ist halt auch so eine Sache, weil der Streaming-PC halt einfach fucking 8 PCI-Karten da drin hat. Den kriegst du nicht in hübsch. Das geht einfach nicht in hübsch. Da sind 8 PCI-Karten drin, Punkt. Sieht aus wie Kotze. Ich hab vor kurzem erst gelernt, dass es Lack beziehungsweise Farbe gibt in Schwarz, womit man PCBs lackieren kann. Das heißt, du kannst die Rückseiten oder Vorderseiten von der Karte, wenn du jetzt nicht gerade einen Lüfter sprühst, kannst du auch noch schön lackieren. Nur, ja, okay, nur die PCB oder alles, was da auch so Chips und so drauf sind? Also es ging, der nennt sich wohl PCB-Lack. Ich geh jetzt mal davon aus, dass der auch bis zu einer gewissen Temperatur beständig ist, dass wenn das Ding ein bisschen herweinme wird, dass der nicht sofort anfängt zu schmilzen. Aber da hab ich auch nicht weiter gelesen, weil ich mir gedacht, nee, nein, du fängst jetzt nicht an, es ging um die Magewell-Karte, ich guck in meinen PC und alles ist schön schwarz und schön dunkel und so, ich guck dir das an, das Kackding ist halt fucking grün, wie die Karten nun mal halt so sind. Aber es gibt auch PCB-Lack, kennst du ja auch. Ich so, nee, kenn ich nicht, gucke so, nein, nein. Kannst du einfach schwarzes Plexiglas nehmen und da drauflegen? Ja, aber ja, könnte man auch, das wäre auch eine Möglichkeit, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Da hast du recht. Genau so denke ich auch, Alex, genau so denke ich auch. Das ist keine gute Lösung. Kennst du, kennst du MDPCX Sleeves? Sag mir gerade nichts. Steht in meinem Chat. Das ist das Beste, was man in Deutschland kaufen kann. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich stimmt, aber Sleeven ist halt auch immer nicht so eine geile Option, weil, Bagger, du willst einfach nicht fucking ein Kilometer Kabel-Sleeven, willst du nicht. Also ehrlich, willst du nicht. Ist halt einfach, ehrlich, das kannst du wirklich, wenn du ganz viel Langeweite, das Problem ist, an der ganzen Sache, währenddessen das passiert, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich nicht arbeiten kann, verdiene ich kein Geld, also es ist sinnlos. Und nach diesem Prinzip lebe ich sehr, sehr strikt mittlerweile und das erspart mir sehr viel, sehr viel Stress. Wenn, also, wenn der Umbau so lange dauern würde, dass ich diese 1000, beispielsweise 500 Euro nicht verdienen kann, dadurch mache ich das nicht. Und ich würde in der Zeit, in der ich das nicht machen kann, das wären wahrscheinlich, sagen wir mal, ein Tag, mit Sleeven vielleicht drei, vier, während es drei, vier, hätte ich so viel, hätte ich so viel Verlust an Streamzeit, Twitch Prime, Hartgeld und alles andere, dass ich das einfach nicht rechne. Und deswegen mache ich das nicht. Und so, so denke ich mittlerweile, so denke ich da mittlerweile, gehe ich an solche Projekte ran, weil mich das sehr oft davor bewahrt, wilde Dinge zu tun. Kurze Frage, der Dalu Card hatte letztens gepostet, dass sein ein Jahr am Stück durchstream, also nicht am Stück, sondern jeden Tag live sein, hat er ja geschafft. Er ist wirklich jeden verdammten Tag auf seinem Channel live gewesen. Mhm. Weißt du, wie viele Tage du pro Jahr live bist? Ich wüsste es bei mir nicht. Ich müsste auch in der Statistik nachgucken. Also ich habe, ich habe das, was Dalu da gemacht hat, glaube ich, 2015 oder 16 gemacht. Und mittlerweile, keine Ahnung, ich mache halt einfach auch frei. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann jeder machen, wie er möchte. Und das steht jedem frei. Aber ich möchte halt nicht mein komplettes Leben für meine Arbeit aufgeben. Und das tust du damit. Also selbst, wenn du nur zwei Stunden oder drei Stunden oder vier Stunden am Tag live bist, du gibst dein ganzes Leben dann her, weil du hast keine Option. Dalu Card war 365 Tage nirgendwo anders. Nirgendwo. Nur in seiner Wohnung. Und hat zusätzlich noch YouTube-Videos gemacht und alles, ne? Das kommt noch dazu. Du kannst das feiern und es ist cool. Also wirklich, es ist in Ordnung. Aber das ist wirklich bedenklich. Also dafür musst du halt auch einfach, also das kann erstens mal nicht jeder, weil charakterlich ist halt jeder auch anders. Und ich wünsche Dalu Card, dass der in seinem Kopf sehr, sehr frisch ist und das wirklich gut verarbeitet hat, dass das funktioniert. Aber das bumst dich halt irgendwann komplett weg. und das, also ich mache manchmal zweimal in der Woche frei, manchmal dreimal und manchmal auch gar nicht. Je nachdem, wie ich Bock habe. Aber ich nehme mir Zeit für mich. Ja, also ich bin, ich bin seit einiger Zeit auf dem Trichter, dass ich, dass ich, dass ich, der Montag ist so mein Bürotag und dann müsste man meinen, dass man, dass man dann quasi frei hat, ne? Aber du weißt, weißt ja selber, Da bist du ja trotzdem am Arbeiten. Ich finde auch nicht den ganzen Tag vielleicht, ja. By the way, Streaming Geheimnis, Montag ist der schlechteste Tag. Am Montag würde es sich lohnen zu streamen, weil alle jetzt mittlerweile montags frei machen. Der beste Tag wäre mittlerweile Freitag. Weil Freitag, viele Leute auch, äh, war ein Freitag? Mhm. Ne. Freitag sind mittlerweile weniger Leute online. Die meisten machen jetzt montag frei. Also Montag frei machen ist eigentlich ziemlich dämlich, weil Montag sehr viele Leute nicht da sind. Also selbst ein Dienstag oder ein Donnerstag ist sinnvoller. Vielleicht machen wir den Büro Montag jetzt an einem anderen Tag. Wer weiß. Montag sind so viele Leute nicht da. Ich hab, wir haben ja schon öfter darüber geredet, ich, ähm, ich fang bei mir jetzt einfach deutlich früher an, ne. Also einfach, weil es mir auch insgesamt besser tut und gut tut. und, ähm, ähm, ich, ich, ich merke das immer wieder. Wenn ich später live gehe, hab ich halt einfach nicht diese, diese, diese höheren Zahlen, um die geht's eigentlich auch gar nicht wirklich, ne, aber am Ende des Tages. Weißt du, was ich bei der Twitch-Umstellung jetzt mit diesen 4,99 schlimm finde? Ich sag's dir, dass im Dashboard steht, hey, du hast diesen Monat schon, äh, keine Ahnung, 100 Stunden geschafft von deinen 190, die du machen musst, um den vollen Anspruch zu kriegen. Damit du Twitch, also kurze Backstory, Twitch hat jetzt ja die Preise für die, ähm, Subscriber reduziert auf 3,99. Finde ich, finde ich sehr gut, ne. Für den Zuschauer wird's halt günstiger. Eine Menge Streamer haben sich auf Twitter speziell ausgelassen, dass das ja scheiße ist, weil sie da mit 25, ähm, Prozent weniger Geld verdienen. Gronkh hat, äh, eine Statistik gepostet, nachdem man halt auch 25 Prozent mehr, äh, Subs sozusagen, ähm, generieren müsste ab Januar nächsten Jahres, damit diese Zahlen ausgeglichen werden, ne. Das hast du ja mitbekommen. Ja, okay. Und, ähm, in dem Twitch-Dashboard, genauso wie auch bei YouTube, YouTube, wenn du YouTube-Videos machst, dann landest du ja in deinem Dashboard, wenn du dich einloggst und dann steht da irgendwie so, hey, dein letztes Video ist leider nur 60 Prozent so gut angekommen wie das davor, vielleicht solltest du vielleicht mal was dran ändern. Und das macht etwas in deinem Kopf mit dir. Dann richtest du dein Content nur noch danach auf, was irgendwie geklickt wird und nicht, woran du Spaß hast und worauf du Bock hast. Und bei Twitch finde ich diese Anzeige auf der einen Seite natürlich interessant, um zu sehen, okay, pass auf, Twitch gibt dir bis Jahresende gleich diesen Preis noch aus, ne. Du hättest normalerweise, ich sag mal, 500 Euro verdient und dadurch, dass du, ähm, genauso gleich in Stunden gestreamt hast, ähm, zahlt Twitch dir aus, als wenn der User auch 5 Euro bezahlt hätte und nicht 4 Euro, ne. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auf der einen Seite auch sehr gefährlich, weil es bestimmt ein paar Leute geben wird, die sich damit verrückt machen. Ah, fuck, ich muss diesen Monat noch 80 Stunden streamen, aber ich hab noch drei Tage Zeit, ah, durchstreamen, so, ne. Nur um diese scheiß Zahlen Wo findet man diese Einstellung? Also, wo sieht man das? Ich seh's nämlich nicht. Wenn du im Dashboard bist auf deiner Statistik, also auf der, auf der Statistikseite, da, wo auch deine ganzen Zahlen stehen, Kanalanalyse. Ist das bei Kanalanalyse drin? Ja, ja, genau, genau. Kanalanalysen und da dann einfach runterscrollen irgendwo. Ich hab jetzt, äh, 83 von 148 Stunden bin ich jetzt live. Wie viel haben wir noch Zeit? Ich muss nur 148 Stunden streamen? Ja, brauche ich gar nicht reingucken, Mager. 148 Stunden, Mager. Ich bin am Samstag halt schon einfach mal fucking 30 Stunden live und bin dann schon am 20. fertig damit. Also, 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 mir steht, äh, jetzt gerade 117 Stunden, äh, von 192 live gestreamt. Warum muss ich denn nur 100? Mann, das war so eine weise Entscheidung, dieses Jahr einfach mal ein bisschen weniger zu streamen, weil jetzt bin ich nicht am Arsch wie Alex. Ich bin da nicht am Arsch. Ach, das geht mir auch ziemlich am, am Arsch vorbei. Weißt du, du kriegst ja sowieso nur den Teil, der dir zusteht. Und ob du jetzt mal für ein paar Monate noch irgendwie 20, 10, 15 Prozent mehr bekommst oder sowas, darum geht's doch gar nicht. Da kann man sich halt nur verrückt machen. Doch, doch. Das ist echt, also, ganz ehrlich, das ist gerade nicht geil, weil, ich sag dir so, wie das ist, der Content wird immer selloutiger. Ja, klar. Also, wirklich, für den Zuschauer, bist du, für den Zuschauer wird das eine absolute Vollkatastrophe. Das wird für die Zuschauer die absolute Vollkatastrophe, weil jeder möchte sein Verdienst ausgleichen. Jeder. Jeder möchte das ausgleichen. Twitch hat die Plattform eigentlich für eine geraume Zeit komplett gefickt. Ich sag dir, wie es ist, wenn, also, es gab, also, ich bin nicht ganz sicher, gab es jetzt, der Chat weiß das vielleicht, gab es jetzt schon, schon Leute, die dagegen geklagt haben, vielleicht in Amerika oder irgendwie sowas, die gesagt haben, nee, das könnt ihr nicht machen hier und, ne, wir haben Verdienstausfall und wenn sich genug Leute melden, dann, dann, dann geht das vor Gericht und eventuell muss, eventuell muss Twitch dann einknicken und das wieder rückgängig machen. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab nur gesehen, dass sich da ein paar Leute so drüber aufgeregt haben. I don't know. Nee. I don't know. Also, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Keine Ahnung. Also, der erste Impuls ist natürlich, oh, fuck, sie nehmen mir 25% von meinem Geld weg. Keiner hat Bock drauf, dass dein Chef morgen zu dir kommt und sagt so, ey, du arbeitest ja eigentlich ganz gut hier, ne, wir freuen uns, alles cool, ja, schön, ne, cool, dass du deine Zahlen erreicht hast und so weiter. Ach so, ja, du kriegst übrigens ein Viertel weniger Geld. Vor allen Dingen mit der, mit der Aussage, es wollen mehr Leute summen. Aber ja, Leute, die nichts haben, Alter, die haben kein Geld zum Summen, sonst habst du. Punkt. Naja, der Hintergrund war ja, dass das der Währung angepasst wird, weil es, Stay hatte da auch eine Theorie dazu, dass wenn, wenn du zum Beispiel in die Türkei gehst, da konnte man ein Prime Sub für irgendwie umgerechnet einen Euro oder sowas kriegen oder 1,50 und das wurde wohl ausgenutzt, dass Leute Dienste angeboten haben, hey, du kannst bei mir 100 Subs kaufen für 150 Dollar, du kriegst aber als Affiliate dann 250 ausgezahlt, weißt du, also so, das Twitch da im großen Stil wohl beschissen worden ist. Eventuell, ich weiß nicht, ob das wirklich dahinter steckt, im Großen und Ganzen, ich hätte auch gedacht, dass Deutschland sogar teurer wird. Ich hätte gedacht, okay, ein Prime Sub kostet hier 5 Dollar, äh, 5 Euro, was hält Twitch davon ab, den auf 6 Dollar oder 6,50 Euro anzuheben, weißt du? So, der Netflix-Move, so, es gibt nur eine Richtung, nach oben. Warum machen die das jetzt auf 4 Euro runter, ja? Also, ich sag mal, bis das, das wird halt, also, ganz, ich sag's dir so, wie es ist, ich glaube, irgendwann, kommen Leute zu dir und du hast den kompletten Durchbruch, wenn du keinen Sellout machst, weil die das einfach, die können das nicht mehr hören, glaube ich. ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist, wenn du die richtige Größe hast, dass, 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 dass für dich so viel Geld in dem Fall halt reinkommt, dass du auch keinerlei Placements annehmen musst, also nicht, also musst, du musst niemals ein Placement annehmen, aber, ne, dass, dass so viel Geld reinkommt, dass du gar keine Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen, weil du halt auch, wie gewisse Leute, es gibt ja einige, die wirklich, wirklich viel live sind und wirklich viel machen und wirklich viel aus ihrem Leben teilen, was ich auch sehr schwierig finde, aber, ne, jeder wie er mag und kann und will, ich glaube, wenn du in dieser Position bist, fällt dir das leicht, aber mal angenommen, du bist jetzt nicht ganz so groß, dann, und mit deinen Subzahlen kannst du deine Rechnung bezahlen, die Miete, die Stars, kannst du vielleicht noch ein bisschen was sparen, dann fehlt auf einmal ein Viertel davon und du kannst es aber auch mit ein paar Placements vielleicht ausgleichen. Da kannst du ja nicht, du kannst dich dann hinstellen und sagen so, naja, dann bist du halt zu klein, um Fulltime-Streamer zu sein, such dir noch einen Nebenjob. Right? Ja, klar. Ich meine, man muss mit den Gegebenheiten umgehen, so ganz einfach. Eben, genau. Und ich meine, es ändert sich sowieso immer was, ne, also du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Sachen, die jetzt heute so sind, in zwei Jahren noch genauso sind. So, und jetzt haben wir einmal die, ähm, die krasseste Änderung, seitdem es die Prime Subs gab, ne, das war eben quasi so dieser, dieses Anheben des, dieses, dieses Niveaus, also dieses Geldniveaus, Auszahlungsniveaus, ne, und, ähm, jetzt haben wir einmal den umgekehrten, Fall, dass einem da nochmal 25% von abgeschnitten werden. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich finde es sogar cool, dass man bei YouTube, und das soll jetzt kein direkter Vergleich sein, auch wenn ich es gerade mache, äh, kann der Streamer selber auswählen, wie hoch seine Sub-Tiers sind. Du kannst, du kannst einen T1-Sub für, für einen Dollar oder für einen Euro anbieten. Damit wirst du ohne Ende reich, by the way. Bitte? Mit einen Euro. Twitch ist so doof, dass die das nicht gemacht haben. Die würden mit einen Euro Subs, würden die reich werden. Die würden reich werden. Die würden einfach scheiße reich werden. Die würden Geld scheißen können. Ist so. Ich sag's dir wie, nee, Entschuldigung, weil, das ist overused, ich hab's verstanden. Ein Euro Subs, Maga, das würde einfach explodieren. Ey, Unge, Unge hat mit dem Move, als das rausgekommen ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Unge hat mit dem Move, als der rausgekommen ist, hat der, der hat, der kann Geld scheißen dadurch. Weil jeder, also wirklich der allerletzte Mensch, ist gewillt, einen Euro im Monat auszugeben. Du würdest Geld kacken können. Und es sinkt natürlich auch dann die Schwelle, so dieses so von, ah, ich will nicht fünf Euro ausgeben. Genau. Ein Euro, scheiß drauf. Und dann hast du schon mal Geld ausgegeben und dann fällst dir ja auch viel leichter die anderen Sachen, die man über die Plattform kaufen oder bezahlen kann. Ja gut, das ist ja nur einen Euro gekostet. Hier nochmal zwei hinterher, nochmal fünf, nochmal dies, ne? Verstehe ich bis heute nicht, warum die das nicht gemacht haben. Das war der intelligenteste Move von YouTube. Und ich weiß nicht, also man kann sich jetzt beschweren über diese 3,99, ne? Aber wenn ich jetzt mal daran denke, meine Tears-Tabs wären ein Euro, drei Euro, fünf Euro. Und nicht mal 20 Euro und diesen ganzen Kladderadatsch, weil das würde sowieso machen ganz, ganz wenige Menschen, und das wären nur Hardcore-Menschen. Ist wirklich so. Ein Euro, drei Euro, fünf Euro. Ich wäre, also ich glaube, ich wäre bei, ich weiß es nicht, aber ich wäre, also ich könnte jetzt gar nicht, ganz großkotzig sagen, ja, ich wäre auch bei 1 Euro. Ich weiß nicht, ob ich bei 1 Euro wäre. Doch, danke an euch alle. Aber wenn ich bei 1 Euro wäre, dann wäre ich bei 1, bei 5 und bei 100. Einfach, einfach nur hindern, weißt du, weil das so, weil das ist total dämlich, also, ne? Absolut, absolut crazy. Ich weiß auch gerade zufällig, wie viele T2 und T3-Subs ich habe, weil ich durch diese Sachen in die Statistiken reingeschaut habe. Und das sind seit Ewigkeiten immer die gleichen Leute, wie du schon gesagt hast, das sind dann eben so, so Hardcore-Supporter, die ist das, ne? Schon sehr krass. Naja, aber dieser 1 Euro-Move, ich glaube, ich glaube, den würden nicht so viele Leute machen. Und ich glaube, wenn du ein Unge bist, dann knallt das. Aber wenn du jetzt jemand bist, der, sagen wir mal, 200 Subs hat, ich glaube, da knallt das nicht. Doch. Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst da. Doch, weil die ganzen, doch, weil Menschen da sind, die das unfassbar abfeiern und da richtig reinböllern. Die ballern dir dann hunderter um die Ohren, also hunderter Subbomben und so weiter und so fort. Und danach ist das einfach nur noch, pass auf, wir kennen, wir kennen alle diese Geschichte. Und, äh, wir machen einfach dieses Psychologie-Game jetzt einfach mal kurz auf, ja? Wir wollen, wir wollen als Streamer, wollen wir alle, dass wir mal eine Hype-Train anzünden. Dass der Erste da ist und 5 Subs verschenkt. Und dann kommt der Nächste. Und dann kommt der Nächste. Und dann kommt der Nächste. Und dann geht das immer so weiter, weil Chat sich hochschaukelt und das einfach Psychologie ist und man sich so denkt, geil, feier. Ich verrate euch gerade alle Geheimtricks, Chat, ich hab euch lieb. Aber auch nur, weil ich weiß, dass gerade nicht so viel zugucken. Und dann geht das von, von jetzt auf gleich geht das, äh, geht das los und du zündest das an. Und du hast halt wirklich einen dabei, der dich über alles liebt, Socke, Küsschen an dich, danke für, äh, ich glaube mittlerweile 700 Subs. Maka! Die, die zünden dir die komplette Range an. Und jetzt lass dir mal durch den Kopf gehen, 1000 mal 1 Euro ist besser als 1000 mal 5 Euro. Und du wirst sehen, wie schnell und einfach und viel Knete du auf einmal verdienen wirst. Du hast dich gerade versprochen, du hast gesagt, 1000 mal 1 Euro ist besser als 1000 mal 5 Euro. Ja, weißt du, ja, weil die Leute gewillter sind. Doch, weil du diese 1000 mal 5 Euro niemals bekommen wirst. Und lieber 1000 mal... Das hast du aber nicht gesagt. Das hast du aber nicht gesagt. Ich hab da, okay, Entschuldigung, ich hab impliziert, dass du mir folgen kannst. Konntest du nicht? Entschuldigung. Also 1000 mal 1 Euro ist besser und einfacher zu erreichen als 1000 mal 5 Euro. Das stimmt, ja. Bagger, das knallt ohne Ende. Ich sag's dir so, wie es ist. Du kannst die dämlichsten Bates anzünden und die Scheiße hämmert bei dir rein. Twitch könnte sich gar nicht mehr retten vor Geld. Und ich weiß nicht, warum die so dumm sind. Das wäre das allererste, wenn mir einer eine Tierstufe geben würde. Bam, 1 Euro. Instant. Bam, 1 Euro. Würde ich gar nicht drüber nachdenken. Weil das Geile an der ganzen Sache ist. Warte. Okay, Entschuldigung. Was das Geile noch an der ganzen Sache ist, darauf gibt's keine Umsatzsteuer in deinem Fall und ehemals für mich zum Beispiel. Weil das fällt ja dann auch weg. So, wenn du jetzt zum Beispiel Trinkgelder annimmst, musst du darauf ja Einkommenssteuer und Umsatzsteuer zahlen. Das fällt aber dadurch, dass du das in Amerika bekommst und das dort versteuert, fällt das durch das Doppelsteuerabkommen. Entschuldigung, wenn ich das falsch gesagt habe. Also das Doppelsteuerabkommen. Wir sind keine Steuerberater, ja, alles gut. Wir sind keine Steuerberater. Dadurch fällt das nämlich auch weg und dann kriegst du so viel Zasse, Alter, dass du nicht mal mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Und Twitch würde so viel Geld verdienen. Und es ist so dämlich einfach. Weil in jedem 99-Cent-Laden kann sich kein Schwein retten vor Einkäufen, weil da jeder reingeht. Jeder. Weil ein Euro ist ein Euro und das ist keine Hürde. Und das ist so dumm. Das regt mich so auf, dass ich das immer noch nicht eingeführt habe. Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Entschuldigung, dass ich dieses Fähnchen gerade angezündet habe. Aus deiner Sicht ist das sehr einfach, weil du eben diese Reichweite hast. Okay? Und du hast noch deine Werbepartner und deine Sponsorings und Placements und so weiter und so fort. Und du könntest auch problemlos, wette ich mit dir, nur von deinen Sponsorings würdest du klarkommen. Ne? Egal. Und für dich ist das sehr einfach, weil du diesen Weg gehen könntest. Wenn ich jetzt an andere Streamer denke, die einen Großteil ihres Einkommens, weil sie sagen, sie sind Fulltime-Streamer und können sich das vielleicht so gerade eben leisten. Ich glaube, für die wäre es sehr, sehr schwierig zu sagen, so von wegen, ja, ich stelle meine Subs auch um auf einen Dollar oder einen Euro. Ich sage immer Dollar, weil ich bin das Gefühl, dass Twitch immer einen Dollar macht. Du hast ja auch mehr Möglichkeiten bei YouTube. Du hast ja nicht nur eine. Ja, natürlich. Und das ist ja das System dahinter. Du hast ja nicht nur eine. So. Und selbst dann würdest du immer noch mehr Geld verdienen, weil diese Hürde nicht da ist. Weil jeder, und Entschuldigung, Chad, dass ich das jetzt so sage, aber jeder Mensch hat bei einem Euro keine Hürde. Keiner. Keiner, der im Internet ist. Weil der Allerletzte, der dich über alles liebt, wird dir einen Euro geben. Wird er machen. Weil das tut nicht weh. Einen Euro tut nicht weh. Fünf Euro tun weh. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Dann sind wir aber wieder im Bereich Mikrotransaktionen. Jeder will noch Gebühren haben. Dies, das, bla bla bla. Wie viel bleibt dann auf dem Weg zu Twitch halt irgendwie liegen. Da müssen sich diese Dienstleister auch wieder Gedanken zu machen. Bei mir im Chat steht dann, steht zum Beispiel, ja, warum streamen denn nicht alle auf YouTube? Weil es verdammt noch mal YouTube ist. Weil es verdammt noch mal, Twitch ist immer noch die größte Plattform, wenn es um Streaming geht. Live Streaming, Game Streaming, IRL, bla 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 und so weiter. Ich weiß, ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt nicht, wie viel YouTube da aufgeholt hat oder wie sich das aufgeteilt wird zwischen Facebook, YouTube und Twitch. Das sind so die drei großen Player, die hier in den westlichen Ländern auf jeden Fall aktuell sind. In Asien gibt es noch Afrika TV und ich glaube noch ein, zwei andere. Da bin ich ganz im Thema. Und wir rechnen jetzt auch nicht irgendwie sowas wie Instagram TV oder wie das heißt mit dazu. Wir reden jetzt hier schon über ganz normales Desktop-Streaming. So in der Reihen. Bei YouTube ist halt das Problem, dass du schlecht aufwendbar bist. Und wenn du nicht unbedingt einen sehr großen YouTube-Kanal hast, wird es für dich schwierig werden, das zu machen. Außerdem hat YouTube für den Livestream nicht die Möglichkeit, Subs zu verschenken. Magadou, das wäre so insane. Das könntest du dir nicht vorstellen. Okay, also Twitch fehlen noch die Funktionen Du kannst keine Subs verschenken. Nee, YouTube. Auf YouTube. Du kannst keine Subs verschenken. Wird früher oder später sicherlich kopiert werden und YouTube wird das anbieten. Also dann bin ich weg. Dann packe ich aber meine Sachen komplett ein. Zweitens, es gibt keine Prime Subs. Und drittens, wenn du jetzt auf YouTube anfängst, das was du gerade meinst mit der Auffindbarkeit, es ist genau so schwierig auf Twitch gefunden zu werden wie auf YouTube mit dem Vorteil, dass man bei YouTube über seinen Kanal, wenn man schon eine Community hat, beispielsweise du machst Videos zu einem bestimmten Thema, dass die natürlich immer sehen, dass du live bist. Also ich kenne ein paar Leute, die so im Laufe der Zeit immer ein bisschen größer geworden sind und auch ihre Streams sind größer geworden und dann greift dann so diese Geschichte mit, wie viel Watchtime hast du mit zu, noch in die eine Richtung und noch in die andere Richtung mit rein. Also das pusht sich dann gegenseitig so ein bisschen hoch. Aber das heißt nicht, dass du jetzt einfach auf YouTube einen Stream-Channel anfangen kannst, weil YouTube hat verhältnismäßig hohe Hürden, um überhaupt erst mal sich monetarisieren zu können, live zu streamen. Also du kannst nicht einfach auf YouTube live gehen, du brauchst halt erst mal gewisse Zahlen und das schreckt natürlich auch eine Menge Leute erst mal ab. Genau. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber du hast halt eine etwas größere Hürde. Wenn es darum geht, dass du sagst, ich muss erst mal ein, zwei Monate for free streamen, also ohne, dass man das monetarisieren kann, ohne, dass man das Subscriptions oder sowas annehmen kann, das sollte einen nicht abhalten. Also wenn das dein Business ist und du überlegst dir, okay, ich müsste jetzt hier einen Monat für umsonst streamen oder ich kann sofort auf Twitch loslegen und habe sofort meinen Affiliate-Vertrag, das sollte einen nicht davon abhalten. Also wenn die Vision ist, du machst alles über YouTube und du kannst über YouTube genauso gut streamen wie über Twitch, ist halt so, dann ist das halt, sollte es keine Hürde sein. Aber Twitch hat noch eine völlig eigene Chat-Kultur und die ist nicht eins zu eins zu YouTube zu vergleichen. Das stimmt. Ist halt so. Der Chat auf Twitch ist irgendwie sehr einzigartig. Wir brauchen einen Auro, Habsmann. Glaub mir, ohne Scheiß, glaub mir. Mark my words. Glaub mir. Ich habe keine Ahnung, warum die so doof sind. Die würden so, die würden einen Reibach an Knete machen. Würde sich das nicht mit Prime Subs beißen? Nee. Warum? Oder wären Prime Subs dann automatisch die 399-Zaps? Das ist ja das Geile bei YouTube, bei Twitch, du kannst Zaps giften. Und ich sage mal so, Twitch hat ja nur uns die letzten Jahre sehr gezeigt, an was es ihnen denn nun liegt. und zwar Geld verdienen. Und Leute nutzen ja mittlerweile alle Möglichkeiten, ob es Prime Subs sind für Menschen, die bei ihren Kumpels oder bei seinen Kumpels sich ein Account holen, bei Mama oder so, damit sie kein Geld bezahlen müssen oder das was gerade rumliegt. Dann hast du halt die Leute, schöne Grüße nochmal, an Socke, der, sage ich mal, monatlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und hier mal ein, zwei Dinger verschenkt oder auch Ossi, schöne Grüße, danke. Und dann hast du halt Leute, die ja noch ein paar Bits durch Werbung gucken verdient haben. So. Und denn, und das ist ja die Creme de la Creme, hast du die Leute, die dir gerne ein bisschen was extra geben wollen. Die dich wirklich lieben. und für die sind fünf mal ein Euro, machst du fünf Menschen glücklicher als einmal fünf Euro. Und das ist so viel Psychologie, die da drin steckt. Weil, ganz ehrlich, ich würde jeden Monat 100 Subs verschenken. 200 Subs. Easy peasy. Also wenn ich ein paar mehr hätte, würde ich jeden Monat einfach rausdonnern, weil das einfach, weil die Hürde einfach viel, viel kleiner ist und viel, viel angenehmer und du halt so viel mehr Spaß haben kannst. Ich meine, kannst du jetzt auch? Kannst du jetzt auch? Da müssen die Leute aber schon richtig Böckchen auf dich haben. Also ich meine, du kannst auch schon mal 1000 Subs an einem Arm machen so für 3,99. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Igay. Wir wissen das alle. So, dann musst du aber deine Community auch Bock drauf haben. Und die Hürde aber, das niedriger zu gestalten mit einem Euro ist halt einfach... Ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich sag's nochmal, ich hab das vielleicht vorhin falschrum ausgedrückt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist ein 50-Zuschauer-Streamer und deine Community besteht aus ein paar hundert Leuten, die nie alle da sind, weil es sind nie alle da. Du hast einen gewissen Kern, der ist sehr häufig da und so weiter und so fort. Und du machst mit deinem Stream, ich sag mal, 250 Euro über die 5 Euro Subs oder 4,99 Subs jetzt. Ich glaube, wenn du das auf 1 Euro runterstellst, dann verschenken die zwar am Anfang noch ein paar mehr und du kommst auch mal auf 300, 400 Euro dann, aber ich glaube, das sackt relativ schnell ab, weil eben deine Core, du bist immer da und die Kohle sitzt ein bisschen locker, Community, die ist dann nicht so groß. Aber ich gebe dir völlig recht, ab einer gewissen Größenordnung und das wird irgendwie so ein Scherenbeispiel sein, ab einer gewissen Größenordnung macht es deutlich mehr Sinn, die Subs halt quasi für 99 Cent quasi rauszuballern. Du hast Psychologie nicht verstanden. Hast du nicht. Du bist halt wirklich, Alex tut mir wirklich leid, aber da bist du gerade nicht auf der Höhe. Weil wenn dein Sugar Daddy und jeder hat einen Sugar Daddy, ist einfach so, kannst du sagen, was du willst, jeder Streamer hat einen Sugar Daddy. Wenn dein Sugar Daddy am Abend gerade mal ein bisschen Bock hat und sich das clever verteilt und 5 mal 1 zündet, wette ich mit dir, 100%ig lege ich dir meine Hand ins Feuer, auch bei jedem 20-Zuschauer-Stream gehen A erstmal die Zuschauer nach oben, weil Zuschauer sensationsgeil sind und es sehen wollen, wie Menschen mit Geld beschmissen werden und dann auch der größte Random sich dann sagt, ach scheiße, hier kann ich auch noch mal einen Euro reinzünden, einfach weil ich es gerade cool finde, weil der anfängt zu weinen oder emotional wird. Maga, du hast Psychologie noch gar nicht verstanden. Noch überhaupt gar nicht. Das mag sein, aber wir reden auch über was total Hypothetisches. Das ist nicht hypothetisch, das ist nicht hypothetisch. Ich wette, man, gibt es einen Euro-Subs auf Twitch? Ach so, das meinst du, ja, das geht nicht. Ja, also das ist hypothetisch. Ja, okay, das ist hypothetisch. Ich dachte, du meintest das Szenario. Verzeihung, habe ich missverstanden. My bad. Du, ich habe, ich hatte um kurz nach 20 Uhr noch einen Call. Oh. Ich habe gerade schon vertröstet. Also ich finde das super spannend und wir sollten das Thema auf jeden Fall noch weiter aufleben und weiter darüber sprechen. Vielleicht noch mit etwas mehr Input. Ich weiß nicht, wir haben ja ein Hardcast, wir sind ja ein Hardcast, wir reden ja auch ab und zu über ein bisschen andere Themen. Wir haben uns wie immer für nächste Woche eigentlich nichts vorgenommen. Nee. Aber vielleicht schreiben wir einfach noch mal schnell her und her bei Discord, falls dir was einfällt. Du kannst ja gleich noch mal deinen Chat fragen oder morgen und dann tauschen wir es aus. Ansonsten ist es die Wundertüte. Ansonsten ist es wieder die lustige, illustre, ja, gemischtes Hack, ne? Gemischtes Hack, ja. Das können wir nicht nehmen, weil gemischtes Hack ist ja schon belegt, dieser Name. Warum Hardcast, gemischtes Hack? Teils Veggie, teils Veggie, nee, teils Kupfer, teils PCB, Punkt. Bam. Das ist, das ist doch ein Titel. Hardcast. So machen wir das. Hardcast, was Gemischtes hat. Teils Kupfer, teils PCB. Bam. Tschüss. Du hast Schlusswort. Tschüss, Chef. Ich verabschiede mich mit aller gebietenen Respektlosigkeit von euch. Nee, das kann man nicht sagen, ne? Was? Vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder. Ja, das war der Hardcast. Einmal in der Woche geht's los. Vielen Dank auch noch mal an Rev mal wieder für die Aufnahme, dass das Ganze auch noch zusätzlich auf den anderen Plattformen wie zum Beispiel Spotify landet. Falls ihr das irgendwo anders gesehen habt oder gehört habt, hallo, wir sind's, wir streamen eigentlich fast täglich, regelmäßig, sehr häufig auf dieser wunderschönen Streaming-Plattform Twitch. Ich bin raus, macht's gut und Nils, Sie hören dir. Tschüss. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. An alle Leute da draußen übrigens an den Podcast-Geräten, Küstchen geht raus. An alle Menschen da draußen, die sich das bei YouTube auf meinem Channel anschauen, bei Alex, gibt's das ja noch nicht. Küstchen geht raus und dankeschön für eure Kommentare unter den Videos oder auf jeglichen Plattformen. und uns quasi Feedback gebt. Ich hab euch ganz doll lieb und an die Live-Zuschauer, ich hab euch auch ganz doll lieb. Denken Sie immer da dran. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.